In diesem Tutorial lernst du alles, was du benötigst, um deine eigenen Programme mit der Programmiersprache C zu schreiben. Wir starten dabei komplett bei Null. Das heißt, selbst wenn du bis jetzt noch nie eine Zeile Code geschrieben hast, wirst du diesem Video Kurs hier folgen können. So wie immer lernen wir natürlich auch in diesem Video Kurs anhand von Projekten. Den Code, den ich schreiben werde, den findest du so wie immer unter diesem Video hier verlinkt. Wir werden insgesamt heute drei verschiedene Projekte schreiben. Das erste Projekt ist ein Generator, der automatisch ein Anschreiben generieren kann. Das heißt, du kannst verschiedene Variablen einlesen, wie beispielsweise einen Namen und kannst daraufhin vollautomatisiert ein Anschreiben zum Beispiel für einen Brief generieren. Das zweite Projekt ist schon etwas anspruchsvoller und zwar werden wir gemeinsam einen Taschenrechner implementieren. Das heißt, du hast die Möglichkeit in deinem Programm verschiedene Zahlen einzulesen und mit diesen verschiedene Rechenoperationen, wie beispielsweise Plus, Minus, Mal und Geteilt durchzuführen. Dabei lernst du auch gleich viele Grundlagen aus der Programmiersprache C kennen. Das dritte und größte Projekt, was wir hier gemeinsam bauen werden, ist ein Telefonbuch. Das heißt, du hast die Möglichkeit verschiedene Kontakte zu speichern, dir die Telefonnummern anzeigen zu lassen und verschiedene Kontakte allgemein zu verwalten. Die ganze Logik, die du dabei baust, die kannst du für nahezu alle Applikationen in der Zukunft verwenden. Denn in den meisten Applikationen muss man Daten einlesen, diese speichern und dann auch wieder anzeigen. Das heißt, durch dieses Tutorial wirst du nicht nur in der Lage sein, alle grundlegenden Konzepte aus der Programmiersprache C zu verstehen, sondern auch deine eigenen Programme zu schreiben. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, wir gehen an den Computer. Auf geht's! Lass uns aber zunächst noch einmal darüber reden, was ist eigentlich C? C wird bezeichnet als die Mutter der Programmiersprache, denn sehr viel Software basiert auf C. Zum Beispiel all unsere Betriebssysteme. Egal ob du gerade Windows, Mac oder vielleicht Linux verwendest, alles wurde zu großen Teilen mit C geschrieben. Das liegt daran, dass C sehr effizient arbeitet. Selbst wenn du Python programmierst, ist der Interpreter von Python mit C geschrieben. Das heißt, auch hier kommt C zum Einsatz. C zeichnet sich besonders aus durch seine Hardware-Nähe. Bedeutet, du hast die Möglichkeit, deine Hardware um einiges besser zu kontrollieren, als du das beispielsweise mit JavaScript oder mit Python kannst. Genau deswegen ist die Programmiersprache so effizient. C wird als die Mutter der Programmiersprachen bezeichnet und beeinflusst sehr, sehr viele der Programmiersprachen, mit denen wir heute arbeiten. Diese Grafik hier ist nur stark vereinfacht, egal ob du heute mit Java, mit C++, mit C Sharp, mit PHP, mit JavaScript arbeitest. Alles ist stark von C beeinflusst. Auch wenn C schon eine ältere Programmiersprache ist, ist sie heutzutage immer noch sehr stark verbreitet. Es lohnt sich also, die Programmiersprache anzuschauen und die Grundlagen von dieser Programmiersprache einmal durchzuarbeiten. Auf geht's! In diesem Abschnitt schreiben wir bereits unser erstes Programm in C. Normalerweise müsstest du jetzt, wenn du ein Windows-Computer hast, erstmal ganz viel installieren. Du brauchst natürlich eine Entwicklungsumgebung oder einen Code-Editor, wo du deinen Quellcode schreibst. Gleichzeitig ist C aber auch eine Programmiersprache, die kompiliert wird. Das heißt, der Quellcode wird nicht direkt ausgeführt, sondern wir müssen den erstmal umwandeln. Und solch einen Compiler müssten wir erst einmal auf unserem Computer installieren. Mit Linux wäre das jetzt eine Zeile, bei Windows ist das Ganze ein bisschen komplexer und bei Mac auch. Genau aus diesem Grund nutzen wir in diesem Tutorial hier einen Online-Compiler. Das heißt, wir haben das Ganze hier in unserem Webbrowser geöffnet, und hier können wir jetzt einfach unseren Code schreiben. Dadurch sparen wir uns einfach diese ganze Installation und wenn du C kennenlernen möchtest, dann ist das hier der perfekte Start. Später, wenn du mit C mehr machen möchtest, dann solltest du das Ganze natürlich auf deinem Computer installieren, denn das Ding hier ist eingeschränkt. Du hast hier erstmal nicht so tolle Funktionen, wie du vielleicht in deinem eigenen Code-Editor hast und vor allen Dingen kannst du auch nicht so einfach Dateien generieren. Du kannst hier wahrscheinlich keine Dateien speichern, die du generierst. Du kannst keine langfristigen permanenten Daten speichern und so weiter und so fort. Ja, aber für den Anfang ist das hier super. Wenn wir das Ganze hier nämlich offen haben, dann sehen wir hier auch schon gleich unser allererstes Programm. Das steht hier schon so standardmäßig drin und wir können das einfach mal Zeile für Zeile angucken. Dafür mache ich hier einfach mal alles so einen Ticken größer, damit wir alle ein bisschen mehr sehen und jetzt schauen wir uns das allererste hier an. Das hier ist einfach ein Kommentar. Das hast du in den meisten Programmiersprachen und das fängt häufig mit zwei Querstrichen an, so wie hier. Ein Kommentar bedeutet, dass du nach diesen zwei Slashes einfach beliebigen Text schreiben kannst. Das heißt, das hier ist für das Programm überhaupt nicht relevant. Alles, was du hier siehst, ist einfach nur irgendein Text, um das Ganze zu beschreiben. Das heißt, wenn wir das hier entfernen, dann haben wir keinen Unterschied und unser Programm funktioniert genauso wie vorher. Hier haben wir jetzt in der zweiten Zeile ein so genanntes Include-Statement. Include heißt ja einbinden und das trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Wir binden uns hier eine Datei ein und die Datei, die wir hier einbinden, die heißt stdio.h und diese Einbindung passiert immer zwischen diesen spitzen Klammern hier. Das steht einfach für Standard, in, out. Ja, also std ist Standard, Input, Output. Jedes Programm, was wir in c schreiben, muss immer diese Datei einbinden, denn in dieser Datei werden die ganzen Standardbefehle definiert. Wie gesagt, das IO steht für Input, Output und Input ist zum Beispiel etwas, was von unserer Tastatur kommt. Ja, das heißt, wenn wir Eingaben von unserer Tastatur haben, dann brauchen wir dieses Standard Input, Output, weil sonst könnten wir diese Eingaben von der Tastatur gar nicht lesen. Und Output ist zum Beispiel etwas, was angezeigt ist. Wir können nichts anzeigen, kein Text oder so ohne dieses Standard Output. Dementsprechend binden wir diese Datei hier immer ein. Anschließend steht hier so etwas hier, int, main, Klammer auf, Klammer zu und so weiter, geschweifte Klammer. Das Ganze hier steht für eine Funktion. Eine Funktion ist immer ein Ablauf von Code. Das heißt, unser Code wird immer zwischen diesen geschweiften Klammern hier definiert. Der Name der Funktion hier lautet main und in die geschweiften Klammern hier kann man theoretisch noch Argumente bei einer Funktion reinpacken. Das int steht für Integer. Das ist immer, was rauskommt aus der Funktion. Wir sehen hier, dass eine ganze Zahl aus der Funktion am Ende rausgegeben wird und eine Ganzzahl auf Englisch heißt Integer und dementsprechend schreiben wir hier int davor. Das hier ist allerdings immer der Standard Aufbau. Das heißt, das, was ich jetzt markiert habe und das hier unten, das muss in einem C-Programm immer drin sein. Ein C-Programm sucht immer, sobald wir es ausführen, nach dieser main Funktion und führt dann den Code aus, der zwischen den geschweiften Klammern hier unten definiert ist. Und am Ende kommt dieses Return 0 und dadurch ist diese Funktion zu Ende. Nach dem Return kann hier kein Code mehr geschrieben werden. Das heißt, alles, was wir hier haben und was wir hier haben, das ist einfach der Standard Aufbau und das, was jetzt individuell von uns kommt, was wir beeinflussen können, was wir anders machen können, das ist das, was hier in Zeile 6 steht. printf hello world. Und dieses printf ist einfach der Befehl, um in unserem Output, auf unserer Kommandozeile Text anzuzeigen. Und auch das hier ist eine Funktion, genauso wie main. Und in einer Funktion, da gibt es immer diese Klammern und zwischen den Klammern können wir einen Parameter reingeben. Der Parameter, den wir hier reingeben, ist der Text hello world. Text schreiben wir immer in Anführungszeichen. Das heißt, dadurch, dass wir den Text hello world hier reingeben, wird dieser nun als Parameter an die Funktion printf übergeben. Und dieser wird jetzt hier angezeigt. Das heißt, sobald ich jetzt hier auf Run drücke, sehen wir, dass das im Hintergrund kompiliert wird. Das ist immer das Erste, was passiert. Das sehen wir hier gar nicht. Und die kompilierte Datei wird ausgeführt. Und was diese kompilierte Datei jetzt macht, ist, sie zeigt uns einfach hier hello world an. Das heißt, ich kann jetzt auch irgendwas anderes reinschreiben. Ich kann hier beispielsweise hallo Welt auf Deutsch einfach mal reinschreiben und das Ganze aushören. Und wir sehen, hier passiert genau das gleiche. Hallo Welt wird ausgeführt. Wir haben es also geschafft, hier Texte anzuzeigen und können das jetzt komplett beeinflussen. Ich könnte hier auch mehrere von diesen printf Dingern hintereinander einfügen. Dann wird mehr Text eingefügt. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach schreiben, wie geht es hier? Fragezeichen. Und hier sehen wir auch gleich schon eine Sache. Und zwar, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, wird es in zwei Zeilen nicht ausgeführt, sondern das kommt beides hier in dieselbe Zeile. Ja, hier steht einfach hallo Welt. Und dann wird der nächste Befehl ausgeführt. Wie geht es dir? Denn ein Anzeigebefehl für einen Text, der fabriziert nicht gleich automatisch auch eine neue Zeile. Dafür müssten wir hier noch sagen, dass wir eine neue Zeile jetzt einfügen wollen. Und das Zeichen für eine neue Zeile ist immer dieser Backslash und ein N. Das heißt, wenn wir das jetzt so ausführen, dann haben wir hier auch eine neue Zeile. Jeder Befehl in C, den wir haben, das heißt jede Funktion, die ausgeführt wird, nicht die definiert wird wie hier, sondern die ausgeführt wird, endet immer mit einem Semikolon. Deswegen haben wir hier ein, hier ein und auch bei so einem Return Statement haben wir ein Semikolon am Ende. Wenn wir etwas definieren, ja, so wie hier oder etwas importieren, so wie hier, dann benötigen wir kein Semikolon. Das wird mit der Zeit intuitiv ziemlich klar, wann du ein Semikolon brauchst. Im letzten Abschnitt haben wir uns damit beschäftigt, wie man ein grundlegendes Programm anlegt und wie man Text anzeigen kann. In diesem Abschnitt geht es um Variablen. Variablen ist ein essentieller Bestandteil der Programmierung und mit Variablen können wir unser erstes Programm schreiben, was dynamisch ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir können nämlich jetzt in unseren Text hier beliebige Sachen einfügen und das Ganze kann auch ganz sinnvoll sein. Angenommen, wir schreiben einen Brief, ja, dann würde ich da zum Beispiel reinschreiben, sehr geehrter Herr Meier oder sowas, ja, und dann machen wir vielleicht hier zwei Leerzeilen, nicht eine, ja, also zweimal Backslash N und dann schreiben wir hier, hiermit übermittele ich Ihnen das Schreiben vom und so weiter, ja, zum Beispiel einfach so ein Standardtext, den man wahrscheinlich im Büro zehnmal am Tag rausschickt, ja. Hiermit übermittele ich Ihnen die notwendigen Papiere, schreibe ich einfach mal. So, und nachdem ich das geschrieben habe, möchte ich das jetzt anzeigen. Funktioniert auch alles ganz gut, aber in meinem Brief soll ja nicht immer Herr Meier stehen. Da soll ja immer was anderes stehen. Und wenn ich jetzt 100 Briefe so generieren möchte mit dieser Logik hier, dann ist es natürlich so, dass es sinnvoll ist, einfach für das Ding hier eine Variable zu definieren. Und diese Variable, die kann ich dann einfach beliebig oft ändern und je nachdem dann einfach immer einen anderen Brief generieren. Und eine Variable lege ich mir an, indem ich einfach sage, wie meine Variable heißen soll und welchen Wert sie hat. Ich sage jetzt zum Beispiel Receiver gleich und hier der Text rein. Jetzt müssen wir allerdings noch so ein paar Sachen ändern, damit das Ganze funktioniert. Denn wenn wir das hier so ausführen würden, dann kriegen wir einfach einen Fehler und hier steht, das kenne ich gar nicht, so kannst du das nicht schreiben, ja. Das hier ist erstmal ein Text. Ein Text, haben wir gesagt, muss immer in Anführungszeichen geschrieben werden. Und wir haben auch gesagt, ein Befehl muss immer mit einem Semikolon beendet werden, ja. Das heißt, das ist schon mal das Grundlegende, was wir hier machen müssen. Anschließend müssen wir aber auch noch sagen, was in dieser Variable hier gespeichert werden soll. Soll hier eine Zahl gespeichert werden, soll hier ein Buchstabe gespeichert werden oder vielleicht doch etwas anderes. Und wir wollen natürlich hier Buchstaben speichern. Und ein Buchstabe heißt immer Character. Also schreibt man Char. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir hier nicht ein Buchstaben haben, sondern viele Buchstaben. Eine Zeichenfolge. Dafür sagen wir jetzt hier einfach Char Stern. Dadurch haben wir jetzt mehrere Character und wir sehen, wenn wir das Ganze jetzt hier ausführen, haben wir keinen Fehler mehr. Also wir haben jetzt eine Variable namens Receiver definiert und diese Variable hat hier eine Zeichenfolge erhalten. Diese Variable können wir jetzt einfach bei uns einfügen, indem wir dieses Herr Meier jetzt einfach mal rausnehmen und hier können wir jetzt stattdessen einfach %s schreiben. Dieses %s steht dafür, dass wir an dieser Stelle eine Variable einfügen wollen. Das % sagt immer eine Variable und das s steht dafür, was für ein Typ einer Variable wir hier einfügen wollen, nämlich einen String. Ja, ein String ist immer ein Text. Und jetzt müssen wir hier hinter noch ein Komma schreiben und natürlich die Variable hier hinschreiben, die wir einfügen wollen und die heißt Receiver. Und nachdem wir das Ganze hier ausgeführt haben, sehen wir, dass hier genauso steht sehr geehrter Herr Meier wie vorher. Und ich kann jetzt hier verschiedene Sachen schreiben. Ich kann zum Beispiel Frau Müller oder sowas da hinschreiben und das Ganze funktioniert genauso. Okay, hier steht jetzt immer noch sehr geehrter Frau Müller. Ja, ist natürlich noch nicht gesamt. Ganz richtig, da müssen wir jetzt eigentlich hier das auch noch mit in die Variable reinpacken oder uns dafür eine Lösung überlegen. Aber so funktioniert das Ganze grundlegend. Das heißt, eigentlich müssten wir hier auch noch das Geschlecht speichern und je nachdem dann sagen, dass wenn das Geschlecht weiblich ist, geehrte hier steht und wenn das Geschlecht männlich ist, geehrter hier steht. So etwas kann man auch noch machen. Ja, ist natürlich alles möglich, aber für den Anfang reicht uns das erstmal. Wir können jetzt auch noch andere Sachen speichern. Zum Beispiel können wir hier die Anzahl der Anhänge an diesem Brief speichern. Und Anhang heißt ja immer Attachments, schreibe ich mal Mehrzahl. Ja, und wenn ich das jetzt schreibe, dann möchte ich jetzt hier eine Zahl reinpacken. Ja, sagen wir mal zwei Anhänge. Wir wissen, den Befehl müssen wir immer mit einem Semikolon beenden und wir wissen auch, dass wir davor noch schreiben müssen, was in der Variable drin gespeichert ist. Dieses Mal haben wir keinen Character, sondern wir haben eine Zahl. Und Zahl heißt immer Int, also Integer. Und Integer steht immer für Ganzzahl. Ja, das ist das gleiche Symbol, was wir hier oben auch haben, denn aus dieser Main-Funktion wird ja auch unten eine Ganzzahl, nämlich 0, rausgegeben. Und hier speichern wir jetzt eine Ganzzahl, nämlich 2, in die Variable Attachments rein. Jetzt könnte ich hier einfach nochmal eine Leerzeile oder 2 einfügen und könnte sagen, Print, Anhänge, Doppelpunkt, Prozent d, Komma, die Variable. Warum steht hier jetzt Prozent d? D steht für Decimal, Dezimalzahl. Denn wir wollen diese Zahl hier als Dezimalzahl einfügen. Den Befehl beenden wir mit einem Semikolon und wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir hier noch einen Fehler. Solche Fehler wirst du relativ häufig bekommen beim Programmieren. Das ist ganz normal. Lass dich davon nie verunsichern, sondern lese einfach mal, was diese Fehlermeldung hier bedeutet. Hier steht Function Print, kennt er nicht. Warning Implicit Declaration of Function Print. Und dann steht hier hinter sogar, did you mean Print F? Ja, denn Print gibt es nicht. Wir müssen hier immer Print F schreiben. Und nachdem wir das machen, funktioniert es auch. Und hier steht jetzt Anhänge 2. Also haben wir es hier jetzt schon einmal geschafft, zwei verschiedene Variablen einzufügen. Einmal eine Dezimalzahl und einmal einen Buchstaben bzw. eine Buchstabenkette hier oben. Und je nachdem muss man dann immer entweder Prozent S für Text schreiben oder Prozent D für Dezimalzahlen und so weiter. Du kannst ja bei Google einfach mal C Data Types, nicht C++ eingeben. Und wenn du das googlest, dann siehst du hier jede Menge Datentypen, die es theoretisch gibt. Ja, denn du kannst noch mehr da rein speichern als jetzt nur eine Dezimalzahl. Ja, wie es hier steht. Oder ein Zeichen oder eine Folge von Zeichen. Ja, ein einzelnes wäre Dollar C. Ganzes wäre Dollar S. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Schau dir das gerne mal an. Besonders wichtig ist zum Beispiel noch Double oder Float. Ja, das sind einfach Kommazahlen. Die hast du natürlich auch noch häufiger. Und ansonsten gibt es ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten wie Boole zum Beispiel. Eine Variable, die nur den Wert True oder False hat. Also war oder nicht wahr. Ja, das sind noch verschiedene Möglichkeiten, die wir uns natürlich auch noch in diesem Tutorial hier anschauen werden. Aber alleine mit diesen Möglichkeiten, die du jetzt hier gelernt hast, hast du bereits die Möglichkeit, dein erstes kleines Programm zu schreiben. Nämlich ein Programm, wo du einfach automatisch zum Beispiel einen Brief generieren kannst, wo du einfach nur ein paar Variablen füllst. Und dann hast du deinen automatisch generierten Brief. Natürlich wäre es auch noch cool, wenn du das Ganze über die Tastatur eingeben kannst und nicht einfach nur so eintippen musst wie jetzt. Ja, denn du willst das Programm ja letztendlich später vielleicht an irgendwelche Leute geben, die öffnen das, müssen dann nur noch einfach die Tastatur mit der Tastatur was eingeben und viel mehr müssen die gar nicht mehr machen. Ja, deswegen gibt es da natürlich auch noch Möglichkeiten, den Tastatur Input direkt einer Variable zuzuordnen. Das schauen wir uns im nächsten Teil an. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben es jetzt bereits geschafft, dass ein Anschreiben generiert wird. Das ist auch schon ziemlich cool. Allerdings wollen wir natürlich nicht jedes Mal, wenn wir das Programm ausführen oder wenn ich jetzt irgendjemandem gebe, um es zu verwenden, den Quellcode verändern und dort eine Variable verändern. Stattdessen wollen wir viel lieber, dass einfach so eine Eingabe aufgemacht wird und in dieser Eingabe kann man einen Text eingeben und dann, wenn man den Text eingibt, wird automatisch das Anschreiben generiert. Hier haben wir jetzt noch keine grafische Oberfläche, sondern das Ganze funktioniert in der Kommandozeile. Aber da geht es natürlich genauso, dass man einfach gefragt wird, hey, für wen möchtest du das Anschreiben generieren? Da schreibst du dann Frau Müller rein und anschließend wird das Anschreiben generiert. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir haben ja hier bereits eine Variable definiert und die heißt Receiver und die hat jetzt den Textwert Frau Müller. Diesen Textwert wollen wir jetzt hier nicht mehr zuweisen, sondern wir wollen stattdessen einfach die Variable nur definieren und anschließend den Text einlesen. Und das macht man mit dem Befehl scanf. Hier kann ich jetzt reinschreiben, was ich einlesen möchte, nämlich einen String, ja, also %s. String ist ja immer Text. Und dann möchte ich noch sagen, welcher Variable ich das Ganze zuweisen möchte und zwar Receiver. Hier muss ich jetzt noch so ein Unzeichen vorschreiben. Das steht für die Adresse von der aktuellen Variable. Was das genau bedeutet, da werden wir später noch drauf eingehen. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, sollte es eigentlich schon funktionieren. Es gibt allerdings noch ein kleines Problem, wie du gleich sehen wirst. Ich schreibe hier jetzt einfach mal irgendetwas rein. Das geht nämlich schon und drücke auf OK. Und also ich habe einfach auf die Enter-Taste gedrückt. Nachdem ich das hier mache, kriege ich noch einen Fehler, den du vielleicht öfter mal sehen wirst, wenn du mit C entwickelt, und zwar Segmentation Fault. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Dafür müssen wir hier oben noch mal hingucken. In der Variable Receiver müssen wir nämlich noch sagen, wie lang der Inhalt dieser Variable maximal sein darf. Denn in C wird immer automatisch Speicher in unserem Arbeitsspeicher reserviert. Bedeutet, wenn ich jetzt hier sagen würde, Frau Müller, also gleich Frau Müller, dann guckt die Programmiersprache, okay, wie viel Speicher wird benötigt für den Text, Frau Müller, um das zu speichern. Und so viel Speicher wird dann im Arbeitsspeicher für uns reserviert. Wenn ich hier allerdings nichts reinschreibe, wird die Variable zwar erstellt, es wird allerdings kein Speicher im Hintergrund reserviert. Und dementsprechend schaffe ich es nicht, den Text, den ich jetzt eingebe, dort reinzuschreiben. Denn die Länge ist natürlich viel länger als das, was hier reserviert wurde, nämlich gar nichts. Also egal, was ich hier eingebe, ich kriege immer dieses Segmentation Fault. Und das liegt daran, dass ich jetzt noch einmal sagen muss, wie viel Speicher für meine Variable hier benötigt wird. Denn wenn ich hier einfach einen Text zuweisen würde, wenn ich hier schreiben würde, zum Beispiel Frau Müller, würde von C überprüft werden, wie viel Speicher ich brauche, um Frau Müller zu speichern. Und so viel wird dann in meinem Arbeitsspeicher reserviert für diese Variable. Wenn ich hier allerdings keinen Text zuweise, dann wird erstmal gar nichts reserviert. Und das Wort, was ich hier eingebe, das benötigt Speicher und den hat diese Variable nicht. Deswegen muss ich hier jetzt erstmal nochmal eine Länge angeben. Ich schreibe hier zum Beispiel 256, ja, ist jetzt eine willkürliche Zahl. Und wenn ich die habe und jetzt hier Frau Müller eingebe oder sowas, ja, dann funktioniert das. Allerdings sehen wir hier noch eine Sache und zwar steht hier einfach sehr geehrter Frau. Also erstmal das R ist natürlich falsch, aber auch nach Frau hört es auf. Das liegt nicht daran, dass das hier zu kurz ist, sondern dass ich hier zwei Wörter eingegeben habe. Und um dieses Problem zu lösen, müsste man jetzt hier dieses Scan-F nochmal leicht abändern. Und zwar kann man hier ja genau sagen, was empfangen werden soll. Und ich könnte hier jetzt auch verschiedenste Sachen eingeben, wie zum Beispiel nicht zu sagen, dass ich hier einfach einen String haben möchte, einen Text, sondern dass ich hier zum Beispiel einfach sage, das sagt man so, er soll so lange warten, bis eine neue Zeile empfangen wird, ja. Also dieses Backslash N, das haben wir hier unten ja schon verwendet und das bedeutet immer eine neue Zeile wird empfangen, ja. Das heißt, jetzt kann man alles beliebiger eingeben, so lange, bis ich auf Enter drücke, weil dieses Backslash N, das symbolisiert immer ein Enter. Das heißt, jetzt kann ich hier schreiben Frau Müller und drücke auf Enter und jetzt funktioniert das Ganze auch. Aber das hier ist natürlich schon eine komplizierte Syntax. Wenn du so etwas nicht weißt, hast du jetzt einen Vorteil, weil du C benutzt. Und zwar ist die Programmiersprache sehr, sehr verbreitet da draußen und die existiert auch schon sehr lange. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie das Ganze funktioniert, dann kannst du jetzt einfach auf Google gehen, ja. Machen wir mal zusammen. Google. Und da kannst du jetzt einfach sowas sagen wie C oder sowas, ja. Und dann sagen wir mal String Input Two Words. Und ich bin sicher, dass man da sofort eine Lösung für dieses Problem findet. Das heißt, wir gucken einfach mal auf Stack Overflow. Das ist immer deine Anlaufstelle Nummer 1, wenn du irgendein Problem hast. Und ich bin sicher, dass da schon mal jemand genau diese Frage gehabt hat. Und da gucken wir jetzt einfach mal runter. Ja, da ist schon mal das Erste. Hier steht auch schon mal dieses Backslash N drin. Ja, hier wird auch noch auf Backslash T gehorcht. Das ist nochmal etwas anderes. Also wenn der Input mit Backslash T, also mit einem Tab ist das, glaube ich, und da mit einer neuen Zeile beginnt, dann wird es abgebrochen. Wenn wir hier runter gucken, hat hier auch einer genau das Gleiche, was ich gerade geschrieben habe. Und zwar einfach nur Backslash N, eine neue Zeile. Das reicht für uns, ja. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, wird jetzt alles gelesen, solange bis wir auf Enter drücken. Wichtig ist, wenn du Sachen von außen einliest, dass die Länge natürlich immer lang genug ist. Ja, wenn du hier die Länge jetzt auf etwas ganz Kurzes stellst, sagen wir mal 1 und dann hier nochmal etwas Langes eingibst, ja, Frau Müller, dann funktioniert das Ganze hier erst einmal. Aber plötzlich kriegst du hier einen Fehler. Und hier steht Stack Smashing Detected, weil du einfach mehr in die Variable Receiver reinschreibst, als du für die Variable Receiver reserviert hast. Das heißt, es könnte sogar theoretisch sein, dass du auch noch in irgendwelche anderen Variablen was reinschreibst und da was veränderst. Und dadurch kommen die verrücktesten Sachen zustande. Vielleicht hast du damals Pokémon, blaue Edition, rote Edition gespielt. Da gab es ja auch so einen Bug, dass man erstmal mit so einem Typen reden musste und da musste man zu irgendeiner Insel fliegen. Und dann gab es irgendwo so eine Stelle, da war kein Pokémon. Und da ist letztendlich im Hintergrund genau der gleiche Bug passiert. Und dadurch hat sich, glaube ich, immer das siebte Item oder sowas verdoppelt. Ja, das war ein sehr ähnlicher Fehler. Da lag es auch daran, dass halt irgendwie eine Variable zu lang war und halt in den Speicher geschrieben wurde, wo eigentlich nichts reingeschrieben werden dürfte. Ja, weil das später diese Stelle von irgendeiner anderen Variable benötigt wurde. Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Deswegen empfehle ich auch C nicht als allererste Programmiersprache, wenn du es gerade anfängst, weil du da halt sehr viel mit diesem Memory Management von Anfang an machen musst. Aber da lernst du dafür nochmal sehr grundlegend, wie dieses Memory Management funktioniert. Wir haben jetzt immer noch ein Problem und zwar steht hier immer noch sehr geehrter und nicht sehr geehrte. Das Ganze schauen wir uns im nächsten Abschnitt einmal genauer an. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Verzweigungen. Bedeutet, unser Programm soll jetzt nicht mehr immer genau das Gleiche machen, sondern je nachdem, was wir eingeben, soll etwas anderes passieren. Ganz einfaches Beispiel. Unser Anschreiben wird bis jetzt immer an einen Mann adressiert. Es steht immer sehr geehrter. Wir wollen aber auch vielleicht sehr geehrte generieren. Und dementsprechend können wir einfach so eine Eingabe machen, wo man sagt, okay, das Ganze ist an einen Mann adressiert oder an eine Frau adressiert. Und je nachdem, ob das Ganze an einen Mann adressiert ist oder an eine Frau adressiert ist, wird ein anderer Text generiert. Und das Ganze machen wir jetzt. Dafür müssen wir natürlich hier erstmal in unserem Programm so ein bisschen Text anzeigen. Das haben wir bis jetzt noch nicht so richtig gemacht. Ja, wenn ich hier auf Run drücke und das Ganze ausführe, dann muss man hier direkt was eingeben. Hier würde ich jetzt erst einmal sagen, dass man eingeben soll, für wen oder was man da überhaupt eingeben soll. Ja, hier muss erstmal so ein Text angezeigt werden. Das heißt, hier würde ich jetzt erstmal sagen, an wen ist der Brief gerichtet? Fragezeichen. So, nachdem ich das mache und jetzt hier mit einem Semikolon beende und ausführe, steht hier schon mal, an wen ist das Ganze gerichtet? Hier würde ich noch ein Leerzeichen einfügen. Dann sieht das mit der Eingabe noch ein bisschen besser aus. Und da sage ich jetzt Frau Müller. Und jetzt machen wir einfach eine zweite Eingabe. Und in dieser zweiten Eingabe habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ob das an einen Mann oder an eine Frau gerichtet ist. Das heißt, ich mache jetzt hier so ein weiteres Print und sage, hier ist einfach mal Printf. Ich schreibe an, und jetzt sage ich hier eins, eine Frau, zwei, einen Mann. Ja, das heißt, man kann jetzt hier entweder eine Eins eingeben oder eine Zwei eingeben. Und je nachdem passiert dann etwas Unterschiedliches. So, wenn ich das jetzt hier ausführe und hier erstmal irgendwas eintippe und auf Enter drücke, dann steht hier der zweite Text. Ja, hier fehlen noch ein paar neue Zeilen und so, die müssen wir jetzt noch einfügen. Aber erstmal müssen wir jetzt natürlich eine weitere Variable füllen. Wir brauchen noch eine Variable, wo drin steht, ob das Ganze, also ob hier sehr geehrter oder sehr geehrte steht. Ja, das heißt, ich definiere jetzt einfach mal eine Variable und nenne die Greeting. Ist, glaube ich, ein ganz guter Text hier. Greeting und da steht jetzt erstmal einfach schon mal ein Standardtext drin. Ja, da steht jetzt schon mal sehr geehrter drin. So, und das heißt, es wird hier gleich ein Speicher reserviert. Wir brauchen nicht mehr das mit diesen eckigen Klammern und hier steht jetzt immer erstmal sehr geehrter drin. Das können wir jetzt auch gleich hier unten einfügen, indem ich hier einfach sage, ich füge jetzt einen weiteren String hier unten ein mit %s und eine weitere Variable. Ja, das heißt, jetzt steht hier sehr geehrter, Leerzeichen und dann hier der Name schon mal. Und jetzt möchte ich sagen, dass wenn hier eine 1 eingegeben wird, wir scannen also wieder eine Zahl, dann möchte ich eine andere Begrüßung haben. Und dementsprechend muss ich jetzt natürlich noch eine Variable definieren. Ich sage hier einfach mal int und hier sage ich jetzt, na, was sagen wir, wie nennen wir das Ganze? Gender. Macht, glaube ich, Sinn. So, standardmäßig 2 und wir sagen jetzt mal, dass man hier auch 1 eingeben kann. So, wichtig ist, das ist jetzt kein Text mehr, der hier eingegeben werden darf, sondern eine Zahl, eine Dezimalzahl. Also schreibe ich hier %d. Und nachdem ich das Ganze gemacht habe, kann ich jetzt halt sagen, wenn das Ganze hier jetzt den Wert 1 hat, dann ändere ich greeting zu sehr geehrte. Und das Ganze macht man mit einer sogenannten if-Abfrage. Ich sage, if gender gleich gleich 1, dann möchte ich greeting ändern zu sehr geehrte. Führen wir das Ganze mal aus. Erst einmal gehen wir jetzt hier Zeile für Zeile durch. Diese ganzen Zeilen werden ja automatisch ausgeführt. Wir haben eine Variable Receiver, die leer ist, aber Platz für 256 hat. Danach haben wir hier greeting, da steht schon sehr geehrter drin. Wir haben attachments, da steht 2 drin. Gender, da steht auch 2 drin. Jetzt wird dieser Text hier angezeigt. Anschließend wird jetzt hier ein String eingelesen, also einfach ein Text. Hier steht jetzt Receiver drin. Wir könnten hier auch einfach mal was anderes sagen. Ja, eben im letzten Tutorial hatten wir gesagt, hier kommt alles rein, bis wir eine neue Zeile anfangen. Das schreibt man dann so, hier so ein Dach rein. Jetzt schreibe ich hier Frau Müller und drücke auf Enter. Das hier muss ein Backslash sein und jetzt schreibe ich das Ganze hier an Frau Müller. Ja, einfach hier rein tippen. Frau Müller und drücke auf Enter. Und jetzt steht hier, ich schreibe an 1 eine Frau, 2 ein Mann und ich tippe jetzt hier einfach mal 1 rein, weil Frau Müller ist ja eine Frau. Ja, das heißt, hier wird jetzt die Variable Gender mit dem gefüllt, was ich eintippe. Ja, ich drücke mal auf Enter und wir sehen es, hier wird jetzt der richtige Text generiert. Ja, Gender hat den Wert 1, dementsprechend wurde Greeting zu sehr geehrte geändert. Jetzt wird hier für dieses %s sehr geehrte von der Variable Greeting eingesetzt und dann wird hier für das zweite %s Receiver eingesetzt, also der Name, den wir hier oben eingetippt haben, also Frau Müller. Und dementsprechend steht jetzt hier sehr geehrte Frau Müller. Ja, wir könnten jetzt das Ganze sogar noch etwas abheben und könnten hier nochmal ein, zwei Leerzeilen einfügen. Ja, das würde einfach funktionieren, indem wir hier halt dieses backslash n schreiben und dann nochmal backslash n. Das heißt, wir haben jetzt zwei Leerzeilen hier in diesem printf, dann meine eine Variable, ein Leerzeichen, die andere Variable, wieder zwei neue Zeilen. Ja, so funktioniert das und damit haben wir jetzt echt schon einiges hier geschafft. Wir haben es jetzt geschafft, eine Verzweigung einzufügen. Das heißt, unser Programm ist jetzt wirklich dynamisch. Wir starten das ganze Programm, wir geben irgendetwas ein und nachdem wir dann etwas eingegeben haben, wird hier auch etwas generiert. Nachdem wir jetzt die Grundlagen der Programmiersprache gelernt haben, wird es Zeit für unser erstes richtiges Programm und zwar ein Taschenrechner. Der Taschenrechner soll wie folgt aussehen. Wir wollen zwei verschiedene Zahlen reingeben und zusätzlich noch einen Operator, was wir damit machen wollen, zum Beispiel plus, minus, mal oder geteilt. Und je nachdem, was man da reingeht, werden dann die beiden Zahlen entweder addiert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert. Auf geht's! Wir haben mal wieder unser Standardprogramm. Die Kommentare hier oben, die können wir erstmal rausnehmen, dann ist das Ganze ein bisschen kürzer und wir wollen jetzt natürlich, dass man hier zwei verschiedene Zahlen eingibt. Ja, das heißt, ich sage, gebe eine Zahl ein, dann gibt man eine Zahl ein und dann würde ich jetzt einfach sagen, dass das gleiche nochmal angezeigt wird und da steht, gebe noch eine Zahl ein. Das soll natürlich in einer weiteren Zeile sein und dementsprechend sage ich hier ganz am Anfang noch, dass wir einen Zeilenumbruch haben, also backslash n. Und jetzt sage ich, dass ich das Ganze nochmal machen möchte und hier sage ich jetzt, nicht mehr gebe eine Zahl ein, sondern hier gebe einen Operator ein. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sieht es schon mal so aus. Hier kann man noch nichts eingeben. Dafür brauchen wir noch unsere Variablen und dieses scanf. Ja, und das müssen wir jetzt auch noch machen. Wir brauchen drei Variablen, haben wir gesagt. Einmal eine Zahl, dann noch eine Zahl und dann einen Operator. Ja, das heißt, wir könnten hier schreiben Zahl 1, dann brauchen wir Zahl 2 und dann brauchen wir noch einen Operator. Also schreibe ich da einfach mal Operator. So, jetzt müssen wir allerdings davor noch sagen, was für einen Datentyp das hat. Und eine Zahl ist ja immer entweder ein Int, wenn wir eine Ganzzahl haben oder ein Float, wenn wir eine Kommazahl haben. Also könnte ich jetzt hier Float davor schreiben. Es gibt noch einen zweiten Datentyp für Kommazahlen und zwar Double. Ja, den siehst du auch immer wieder und der ist einfach doppelt so lang von den Bits, die da reserviert werden. Und das hat den Vorteil, dass wir natürlich viel präziser unsere Kommazahlen, gerade wenn es sehr lange Kommazahlen sind, abspeichern können. Denn wir könnten hier jetzt auch keine unendlich lange Zahl speichern, weil wir ja nur begrenzt Speicher reserviert haben. Das heißt, eine Zahl wie Pi könnten wir jetzt hier immer noch nicht abspeichern. Da wir sehr präzise sein wollen und weil es ja jetzt nicht so viel Speicher ist, nehmen wir hier einfach mal Double. Hier sage ich jetzt ebenfalls Double und hier wollen wir jetzt einfach ein String drin haben. Also schreibe ich Char und dann sage ich noch, wie viele ich haben möchte und letztendlich möchte ich ja nur ein einziges Zeichen haben. Ja, eins. Die Länge von eins müssen wir hier gar nicht angeben, denn wir wollen ja einfach ein Zeichen reservieren und damit sagen wir schon, wie viel Speicher wir reservieren wollen. Okay, jetzt müssen wir diese Variate natürlich noch einlesen und das machen wir ja immer mit unserem ScanF-Befehl. Das heißt, hier sagen wir, dass wir nun als erstes eine Zahl einlesen wollen und zwar ein Double. Und ein Double ist immer doppelt so lang wie ein Float und ja, das ist ein bisschen verwirrend in C, da muss man jetzt LF eingeben, das steht für Long Float. Und dann noch sagen, welcher Variante wir das Ganze zuordnen wollen, nämlich Zahl 1. Das Gleiche machen wir jetzt hier unten nochmal für die nächste Zahl und hier schreiben wir jetzt einfach Zahl 2. Also, dass wir jetzt auch die zweite Zahl befüllen wollen. Außerdem würde ich hier auch gleich nochmal so ein Leerzeichen hinten einfügen. Ja, das sieht dann beim Tippen einfach nochmal ein bisschen besser aus. Vielleicht auch nochmal so ein Doppelpunkt. Ja, das ist einfach für die Darstellung, dass es nochmal ein bisschen hübscher aussieht, wenn da noch ein Doppelpunkt hinter ist. Und das nächste, was wir jetzt noch einlesen wollen, ist der Operator. Also sagen wir ScanF und hier müssen wir jetzt sagen, was wir einlesen wollen. Und zwar müssen wir jetzt ein Character einlesen. Einen Character lesen wir ein mit Prozent C. Ja, Prozent S für String, LF für eine lange Kommazahl und Prozent C für einen Character, also ein Zeichen. Und das wollen wir Operator zuweisen. Und wir erinnern uns, wir müssen hier auch immer dieses und noch davor schreiben, um zu sagen, dass wir das hier der Variable zuordnen wollen. Wenn du mal nicht weißt, was du hier eingeben sollst, dann kannst du das auch einfach googeln. Ja, du googelst einfach, indem du hier eingibst, ScanF, vielleicht noch die Programmiersprache davor. Genau, habe ich gerade schon mal aufgenommen. Und jetzt sagst du hier Read Character oder Read Char. Und nachdem du das halt gemacht hast, kannst du jetzt hier nochmal draufdrücken. So, Stack Overflow ist, wie gesagt, immer die beste Adresse. Wenn du da was findest, wirst du da meistens auch die Lösung sehen. Und wenn du auf den Link drückst, dann siehst du da gleich, wie es aussieht. So, wir scrollen runter. Und hier steht auch einfach Prozent C eingeben. Ja, so sollte das Ganze aussehen. Und das haben wir ja hier jetzt gemacht. Das heißt, wir haben jetzt schon mal drei Variablen. Die könnten wir uns jetzt auch mal ausdrucken. Ja, ich möchte erst mal zwei neue Zeilen hier einfügen. Das heißt, ich sage Print F und mache jetzt einfach mal als Extrabefehl Backslash N, Backslash N. Und jetzt sage ich Print F. Hier nochmal zwei Anführungszeichen. Und jetzt möchte ich jetzt letztendlich einfach die drei Variablen. Also Zahl 1 ist ja ein LF. Ja, das möchte ich ausloggen lassen. Dann möchte ich die nächste Variable ausloggen lassen. Wieder ein LF und dann mein Character. Und jetzt schreibe ich hier hinten einfach Zahl 1, Zahl 2, und Operator. Wenn wir das jetzt einfügen, gebe ich hier eine Zahl ein. Zum Beispiel eine 1. Dann eine 2. Und dann steht hier, dass wir noch den Operator eingeben wollen. Und das Ganze hat jetzt offensichtlich noch nicht geklappt. Und das liegt daran, dass wir hier, wenn wir nochmal zurück auf Stack Overflow gucken, noch so ein Leerzeichen einfügen müssen. Fügen wir das hier nochmal ein, damit er das eine Zeichen jetzt auch mit einliest. Und jetzt gebe ich hier nochmal ein. 1, 2 und zum Beispiel ein Mal. Und wir sehen hier, 1 lockt er aus, 2 lockt er aus und das Mal. Und weil das Ganze ein Long Float ist, packt er hier auch gleich die Nullen hinten dran, weil er schon weiß, dass es auch eine Kommazahl sein kann. Und wenn ich das Ganze jetzt als Dezimalzahl haben wollen würde, könnte ich hier wahrscheinlich auch einfach Prozent D eingeben. Test nochmal aus. 1, 2 und ein Mal. Zack, jetzt haben wir 42, 42. Gut, wir gehen hier jetzt wieder zurück und geben hier einfach mal wieder unsere Long Floats ein. Sieht ein bisschen besser aus. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ausrechnen. Das heißt, wir könnten jetzt hier beispielsweise ein Ergebnis ausrechnen, indem wir hier sagen, Print F. Und jetzt sagen wir, dass das Ganze mit einem Mal so und so wäre, mit einem Plus so und so und so weiter. Ja, das heißt, ich könnte hier sagen, erste Zahl, also Prozent LF plus zweite Zahl, also wieder ein LF ist gleich und so weiter. Und da tippen wir jetzt ein, nochmal ein weiteres LF. Das ist nämlich das Ergebnis. Und wir wollen hier jetzt drei Variablen einfügen. Als erstes natürlich Zahl 1. Das heißt, hier steht jetzt Zahl 1 plus Zahl 2. Und jetzt wollen wir das Ergebnis eingeben. Und da kann man einfach direkt rechnen. Wir können nämlich in C++ einfach sagen, Zahl 1 plus Zahl 2 und können das Ganze ausrechnen. Sorry, in C nicht C++. Da würde es auch gehen. Hier fehlt jetzt noch ein Semikolon. Das müssen wir natürlich eingeben. Und jetzt führen wir das mal aus. Ich tippe hier rein. Zack, 1, 2. Irgendein Operator ist aktuell noch egal. Und dann steht hier 1, 2. Ja, das ist erstmal aus der Zeile 16. Da haben wir noch keine Leerzeile eingefügt. Und dann steht hier 1, 0, 0 plus 2, 0, 0 gleich 3, 0, 0. Diese Zeile hier, die würde ich jetzt erstmal auskommentieren. Dafür schreibe ich hier einfach zwei Slashes. Dann wird die nicht mehr interpretiert. Ja, damit wir nur das, was ich jetzt markiere, hier anzeigen. Das wollen wir jetzt allerdings nicht immer anzeigen, sondern dieses Plus hier, das wollen wir nur anzeigen, wenn wir hier als Operator auch ein Plus eingegeben haben. Ja, das heißt, ich sage, if Operator gleich, gleich in Anführungszeichen, nehmen wir mal die Doppelten, plus, dann wird es angezeigt, sonst nicht. Das sollten wir hier noch so einrücken. Dann kann man es besser lesen. Und jetzt können wir das noch mal testen. Stopp! Bevor wir das Ganze testen, sagen wir noch, dass das Ganze hier natürlich ein Character ist. Und da muss man noch eine Sache anders machen. Und zwar muss man hier einzelne Anführungszeichen nutzen und keine Doppelten mehr. Ja, und jetzt sagen wir hier noch mal Run und kriegen hier noch einen kleinen Fehler, weil ich hier eins zu viel eingefügt habe. Den noch weg und noch mal auf Run. Jetzt geben wir hier eine 1 ein, geben eine 2 ein, sagen, dass wir den Plus-Operator anwenden wollen. Zack! Und hier kommt raus, 1 plus 2 gleich 3. Und jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Ich habe das jetzt mit dem Plus gemacht und deine Aufgabe wird es sein, das Ganze für Minus zu machen, für Maler zu machen, für Geteilt zu machen und so weiter. Ja, also pausiere das Video jetzt, versuch das Ganze einmal selbstständig, da ist der Lerneffekt einfach nochmal um einiges größer und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Wir machen nämlich weiter in 3, 2, 1, jetzt. Und wir müssen ja letztendlich einfach nur diesen Code hier kopieren. Ja, ich sage jetzt, dass ich diesen Code kopiere und dass ich jetzt sage, wenn der Operator Minus ist, dann möchte ich natürlich etwas anderes anzeigen. Und zwar die eine Zahl Minus, die andere Zahl gleich das Ergebnis und hier kommt auch ein Minus rein. Ja, das heißt, ich muss letztendlich einfach nur an der Stelle, an der Stelle und an der Stelle hier ein Minus reinpacken und dann funktioniert das Ganze. Wir testen das Ganze mal. So, 1 minus 1 sollte ja 0 sein. Ich gebe Minus als Operator ein. Zack. Und da steht jetzt auch 1 minus 1 ist 0. Jetzt müssen wir das Gleiche noch für Mal und für Geteilt machen. Dafür kopiere ich das beides hier nochmal. So, zack. Und sage, hier machen wir das Ganze für Mal. Also kommt hier ein Malzeichen rein, hier unten ein Malzeichen und natürlich hier ganz rechts auch noch ein Malzeichen. und danach machen wir das Ganze einfach nochmal mit einem Geteilzeichen. Das heißt, hier ein Slash, hier ein Slash und hier ein Slash. Und jetzt können wir die beiden letzten Optionen auch nochmal testen. Ja, ich teste mal 7 und 8. Ja, und den Maloperator. So, da sollte jetzt, wenn wir es richtig gemacht haben, manchmal spinnt dieser Webcompiler so ein bisschen, da muss man nochmal auf Run drücken. Aber wenn wir es jetzt nicht komplett falsch gemacht haben, dann sollte da 56 rauskommen. 7, 8, Mal und jetzt sehen wir, aha, 56 kommt da raus. Sehr cool. Haben wir das schon mal geschafft und jetzt führen wir das Ganze einfach nochmal raus und sagen, dass wir jetzt nochmal 100 haben und das Ganze wollen wir durch 5 teilen. Also gebe ich ein Slash ein und das Ganze ergibt 5. Also unser Taschenrechner funktioniert. Ja, ist natürlich noch ein sehr rudimentärer Taschenrechner, aber das haben wir jetzt schon geschafft mit unseren paar Sachen, die wir in den letzten Videos gelernt haben. Und im nächsten Video werden wir jetzt nochmal ein bisschen was Komplexeres machen und zwar ein Adressbuch anlegen. Wir sehen uns gleich wieder. In diesem Abschnitt werden wir noch ein zweites Projekt in die Tat umsetzen und zwar ein kleines Telefonbuch. Das heißt, so ein kleines Programm, wo du die Möglichkeit hast, dir deine gespeicherten Telefonnummern anzuzeigen oder natürlich neue Telefonnummern hinzuzufügen. Das Ganze musst du natürlich mit einigen weiteren Konzepten behandeln, die wir bis jetzt noch nicht hatten, aber die lernen wir jetzt ganz spielerisch kennen. Das sind zum Beispiel Funktionen oder auch Errays. Aber das Ganze ist gar nicht so schwer. Ich würde sagen, wir fangen direkt an zu coden. Das Erste, was wir in unserem Programm haben, ist natürlich, dass man zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat. Das heißt, wir müssen uns jetzt erst einmal irgendwie anzeigen lassen, hey, was willst du eigentlich machen? Und dafür würde ich jetzt einfach mal hier sagen, zum Beispiel, dass hier einfach mal so ein bisschen was angezeigt wird. Da steht jetzt mal Welcome oder sowas oder machen wir auf Deutsch Herzlich Willkommen. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, würde ich jetzt nochmal sagen, dass man eine Auswahl treffen kann. Das heißt, ich sage sowas wie Printf wieder mal und hier kann man jetzt entweder einen 0. Punkt oder einen 1. Punkt und so weiter auswählen. Ja, 0. Punkt, 1. Punkt, neue Zeile oder so machen wir mal. Okay, das heißt, hier steht jetzt erstmal Punkt 0, Telefonnummern anzeigen und dann sagen wir Punkt 1, neue Nummer hinzufügen. So, und hier kommen jetzt einfach nochmal zwei neue Leerzeilen rein oder sowas. Und jetzt wird es auch langsam interessant und zwar merken wir, wenn wir so ein Programm schreiben, dass wir ja viele Dinge haben. Hier oben fehlen noch Leerzeichen und so und Anführungszeichen, die füge ich jetzt mal hinzu. Wir merken auf jeden Fall, dass wenn wir das Ganze hier so machen, dann kommen wir relativ schnell an den Punkt, dass wir Code haben, den wir garantiert mehrfach verwenden wollen. Dieses Menü, ja, das wollen wir vielleicht nicht nur einmal so anzeigen, sondern jedes Mal, wenn man wieder in diesem Grundmenü ist. Das heißt, es wäre super sinnvoll, wenn wir diese Zeilencode irgendwie bündeln könnten und das Ganze dann einfach mehrfach verwenden könnten. Und dafür gibt es ein Konzept in der Programmierung, da wirst du in kaum einer Programmiersprache drumherum kommen, und zwar Funktionen. Eine Funktion ist letztendlich einfach ein Block an verschiedenen Befehlen, ja, das heißt, wir packen diese vier Befehle jetzt in eine sogenannte Funktion und dann kann man das einfach so oft ausführen, wie man will, ja. Was braucht eine Funktion? Ja, die fängt immer an mit so einer geschweiften Klammer und endet mit einer geschweiften Klammer und da kommen die Befehle zwischen, so, und eine Funktion braucht natürlich auch noch einen Namen, ja, das heißt zum Beispiel sowas wie Show Menu. Und was braucht eine Funktion noch? Das sehen wir hier oben, wenn wir hier reingucken, das braucht immer noch so eine Klammer auf und eine Klammer zu und es braucht noch davor zum Beispiel den Befehl int, ja, und da muss unten noch immer was rausgegeben werden mit return 0, ja, du musst hier nicht int eingeben, du kannst auch was anderes eingeben, aber das ist immer so eins der Standarddinger in C, ja, dass man hier oben einfach sagt int und hier unten sagt man return 0, ja, weil halt immer etwas rausgegeben werden muss und damit sagen wir letztendlich, eigentlich gar nichts Besonderes, ja, einfach, dass man theoretisch hier noch was berechnen könnte und dann könnte man sich hier eine Zahl rausgeben lassen. Wir verwenden das jetzt aber eigentlich nur, um etwas anzuzeigen und diese Funktion, die können wir jetzt einfach hier oben aufrufen. Dafür schreibe ich jetzt einfach den Namen der Funktion da oben rein und ein Semikolon, so, und jetzt sehen wir, dass es hier angezeigt wird und ich könnte diese Funktion jetzt sogar zweimal hintereinander aufrufen und wir sehen, dass das Ganze jetzt zweimal ausgeführt wird und das ist natürlich ziemlich, ziemlich cool und wir können es jetzt nicht nur zweimal ausführen, sondern beliebig oft oder halt auch immer, wenn wir halt irgendwas eingeben, ja, oder wenn wir jetzt Telefonnummern anzeigen und danach sollten wir wieder in das Menü kommen, dann können wir das auch wieder anzeigen und wir schreiben uns jetzt noch verschiedene Funktionen, um halt herauszufinden, was passiert, wenn man die 1 drückt, wenn man die 2 drückt oder die 0 und die 1 hier und je nachdem, dass man dann halt immer eine andere Logik hat. Das Ganze machen wir in den nächsten Abschnitten, wir sehen uns gleich wieder. Im letzten Abschnitt haben wir unseren Code ja bereits ausgelagert in eine Funktion. Dadurch können wir jetzt einfach diese Funktion beliebig oft aufrufen und der Code, der in der Funktion steht, der wird dann immer ausgeführt. Wir wollen uns ja jetzt zum Beispiel in unserem Menü eine Auswahl geben lassen, das heißt entweder die 0. Option oder die 1. Option. Das heißt, optionalerweise sollte natürlich aus dieser Funktion auch wieder die 0 oder die 1 rausgegeben werden. Und das Ganze schauen wir uns jetzt an. Wenn wir hier in unsere Funktion reingucken, dann sehen wir ja, dass wir hier jetzt eine 0 eingeben können oder eine 1 eingeben können. Und diese 0 oder diese 1, die sollten wir natürlich jetzt auch wieder mit ScanF einlesen und in einer Variable speichern. Das geht ja auch ganz easy. Wir definieren uns erstmal eine Variable. Das ist ganz klar ein Integer, also eine Ganzzahl, 0 oder 1. Und die Variable nennen wir jetzt Selection. Und die können wir auch ganz einfach mit ScanF einlesen. Ich schreibe hier ScanF. Das ist ein Dezimal, also %d. Und wir wollen das einfach der Variable Selection zuweisen. So, damit wird das eingelesen und in Selection gespeichert. Also alles so ziemlich cool, so wie es ist. Allerdings haben wir jetzt noch ein Problem. Wir müssen das Ganze natürlich wieder rausgeben. Und das können wir machen, indem wir hier unten dieses Return mal angucken. Hier wird ja aktuell immer die Zahl 0 rausgegeben. Und was wir jetzt machen wollen, ist hier nicht die Zahl 0 rauszugeben, sondern einfach die Variable Selection. Das heißt, der Wert, der in der Variable Selection drinsteht, der wird jetzt rausgegeben. Das heißt, wenn wir eine 1 eintippen, dann wird hier 1 ausgegeben. Wenn eine 2 eingetippt wird, oder dann wird eine 2 rausgegeben. Wenn eine 0 eingetippt wird, wird eine 0 rausgegeben und immer so weiter. Ja, das heißt, hier oben, das Ding hier, was ich jetzt in Zeile 6 markiert habe, wird umgewandelt in eine Zahl, nachdem wir dann ganz am Ende das ausgelöst haben. Das heißt, wenn ich hier jetzt sage, if showmenu gleich gleich 0, könnte ich hier meinen Code schreiben. Ja, ich muss hier natürlich noch eine geschreifte Klammer hinzu und hier eine Runde zum Schließen. So, ja, das auch richtiger Code ist. Dann könnte ich jetzt hier Code zum Telefonnummern anzeigen machen. Ja, das bedeutet, das hier ist jetzt valider Code. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine 1 eintippen, dann passiert nichts. Ja, dann steht hier einfach nur Segmentation Fault. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich an. Wenn ich hier jetzt eine 0 eingebe oder sowas, ja, dann kriege ich wahrscheinlich einen anderen Fehler. Ja, wichtig ist hier noch, genau, wir müssen hier wieder so ein Leerzeichen davor packen, höchstwahrscheinlich. Gebe ich nochmal eine 0 ein. Ah ja, genau, der Klassiker. Ja, wir müssen hier natürlich noch dieses Unzeichen vorschreiben. Ja, das heißt, wenn wir es jetzt ausführen, dann wird es gespeichert. Wenn ich eine 0 eingebe, ja, dann wird hier der Code weiter ausgeführt. Das heißt, zwei Leerzeilen werden hinzugefügt. 0 wird hier rausgegeben. Dann wird das Ganze hier zu 0 evaluiert. 0 entspricht der Zahl 0. Also wird der Code hier zwischen ausgeführt. Ja, da haben wir jetzt noch nichts angezeigt. Deswegen wird hier so oder so noch nichts passieren. Ja, ich könnte jetzt hier auch mal dazwischen schreiben, zum Beispiel printfTelefonnummern, Doppelpunkt. Und dann könnte ich noch sagen else, also wenn das Ganze nicht der Fall ist, dann wollen wir eine neue Nummer wahrscheinlich hinzufügen, weil Option 1 ist ja, neue Nummer hinzuzufügen. Ja, das heißt, ich könnte hier noch sagen, printf, neue Nummer hinzufügen. So, und wenn ich jetzt das Ganze ausführe, eine 1 eintippe, steht hier neue Nummer hinzufügen. Wenn ich meinen Code nochmal neu starte, hier eine 0 eingebe, dann steht hier, aha, Telefonnummern, Doppelpunkt. Und hier sollten jetzt Telefonnummern angezeigt werden. Also das Ganze funktioniert astrein. Wir haben nur ein Problem. Wir testen jetzt, ob das Ganze 0 ist. Und wenn das Ganze 0 ist, dann zeigen wir das eine an. Und wenn das Ganze 1 oder irgendeinen anderen Wert hat, dann zeigen wir immer das hier an. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen wirklich, dass diese Funktion hier nur 0 oder nur 1 auswählen lässt. Ja, und das Ganze können wir machen, indem wir sagen, if Selection gleich gleich 0 oder zwei so gerade Striche, zwei Pipe-Symbole heißt oder, Selection gleich gleich 1, dann geben wir unsere Zahl auch raus. Ja, das heißt, das Ganze hier wird nur ausgeführt, unsere Zahl wird nur aus der Funktion rausgegeben, wenn wir eine 0 oder eine 1 eingegeben haben. Und ansonsten sagen wir hier, Printf, Eingabe, ungültig. Die Eingabe ist in diesem Fall ungültig, weil wir können ja nur eine 0 oder eine 1 reingeben. Und was wir jetzt natürlich noch machen wollen, ist, dass wir bei einer ungültigen Eingabe auch sagen wollen, dass diese ungültige Eingabe durch eine neue Eingabe wieder verändert werden muss. Das heißt, wir müssen den User jetzt auffordern, hier nochmal etwas einzugeben. Das heißt, wir fügen erstmal eine neue Zeile ein mit Backslash n und sagen jetzt, hey, du musst wieder etwas Neues eingeben. Und dafür rufen wir jetzt diese Funktion hier einfach nochmal auf. Und wir wissen ja, dass das Ganze hier evaluiert wird zu einer Zahl. Sobald wir was Richtiges eingegeben haben, wird das hier ja in eine Zahl umgewandelt. Und diese Zahl können wir jetzt wieder rausgeben. Das heißt, wir rufen hier die Funktion auf. Die Funktion ruft hier unten sich selbst auf. Und die ruft sich selbst so lange auf, bis wir eine gültige Eingabe getroffen haben. Und das Ganze nennt sich Rekursion. Rekursion heißt, dass eine Funktion sich selber aufruft. Und so geht man eigentlich vor. Das heißt, man zeigt jetzt dieses Menü so lange an. Ich gebe hier eine 7 ein und hier steht jetzt Eingabe ungültig. Dann gebe ich eine 8 ein. Dann steht hier Eingabe ungültig. Gebe ich eine 3 ein. Steht hier Eingabe ungültig. Jetzt habe ich es ein bisschen kaputt gemacht, weil ich noch irgendwie so ein komisches Zeichen dahinter gegeben habe. Das haben wir noch nicht abgefangen. Bis jetzt nur falsche Zahlen. Aber solange ich hier eine falsche Zahl eingebe, steht hier immer Eingabe ungültig. Und wenn ich jetzt eine 1 eingebe, dann gibt er hier die richtige Zahl raus. 1 ist gültig. Also kommen wir hier rein. Und dementsprechend bekommen wir jetzt hier oben nicht die 0, sondern die 1. Also kommen wir hier in den Else-Teil und zeigen hier neue Nummer hinzufügen an. So funktioniert das Ganze. Und dementsprechend haben wir es jetzt wirklich geschafft, dass wir den User zwingen, entweder eine 0 oder eine 1 auszuwählen. Und das Ganze mit einem rekursiven Statement. Dass man jetzt hier noch keine Buchstaben und sowas eingeben kann, ja, das ignorieren wir jetzt für den aktuellen Punkt erst einmal. Aber wir haben jetzt echt schon einiges geschafft. Und jetzt würde ich sagen, machen wir erst mal weiter mit unserem grundlegenden Programm. In diesem Abschnitt wollen wir jetzt eine weitere Funktion schreiben, die unsere Telefonnummern theoretisch anzeigt. Denn wenn wir uns unseren Code jetzt angucken, dann sehen wir ja hier bereits, dass hier einfach nur steht Printf Telefonnummern anzeigen. Und das Ganze, das sollte natürlich jetzt hier nicht einfach so reingeschrieben werden, denn wir wollen ihn vielleicht auch öfter ausführen, diesen Code. Und vor allen Dingen wollen wir auch einen sauberen, lesbaren Code haben. Und deswegen packen wir natürlich alles, was hier reinkommt. Das wird ja noch um einiges mehr in eine Extra-Funktion. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einfach eine Funktion Show Phone Numbers. Und dieses Show Phone Numbers wird ausgeführt. Ja, das ist hier unten wieder eine Funktion. Ja, Show Phone Numbers. Und diese Funktion, die wir jetzt hier schreiben, ja, die kriegt ihr natürlich wieder eine Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und hier wird unser Code reingepackt. Soweit, so gut. Jetzt haben wir eine Besonderheit. Aus dieser Funktion hier wird ja nichts rausgegeben. Ja, normalerweise schreibt man ja hier vor immer, was aus der Funktion rausgegeben wird. Bis jetzt haben wir da immer Int reingeschrieben, weil aus unserer Funktion wird ja immer eine ganze Zahl rausgegeben. Funktion Show Menu zum Beispiel, die gibt immer eine 0 oder eine 1 raus. Und hier oben unsere Main-Funktion. Das ist einfach so definiert bei C. Die muss auch immer eine 0 rausgeben am Anfang. Ja, das ist einfach so der Standard-Code. Deswegen stand das hier schon so. Hier haben wir jetzt eine andere Situation. Hier wird am Anfang nichts rausgegeben. Und dafür gibt es auch etwas, was man da vorschreiben kann, und zwar Void. Wenn man Void da vorschreibt, dann bedeutet das einfach, dass nichts hinzugefügt wird. So, und hier können wir jetzt ganz entspannt unseren Code reinschreiben in diese extra Funktion. Und gleichzeitig ist es halt auch besser lesbar, wenn wir hier eine Funktion haben. Einfach if Show Menu gleich 0, Show Phone Numbers. Wenn nicht, könnten wir hier eine neue Funktion hinzufügen. Add Phone Numbers. So. Und, oder Add Phone Number. Ja, reicht wahrscheinlich auch. Und genau, da machen wir jetzt eine weitere Void-Funktion. Ja, Add Phone Number. Und auch hier haben wir jetzt wieder genau das Gleiche. Ja. Hier wird auch einfach wieder unser ganzer Code für später eingefügt. Ja. Das bedeutet, wir haben unseren Code hier jetzt schon wunderbar separiert und dadurch lässt sich das Ganze einfach besser lesen. Wir machen hier nochmal ein paar unnötige Leerzeilen und Kommentare weg. So. Und auch wenn der Code jetzt schon sehr lang ist, ist der trotzdem nicht unübersichtlich, denn wir wissen hier bei jeder Funktion immer ganz genau, was sie macht. Und wir können auch nochmal testen, ob unser Code noch funktioniert. Das sollte man nämlich auch immer machen. So. Ich füge hier eine 0 ein. Klappt alles. Ich füge eine 1 ein. Klappt auch. Und das Nächste, was wir jetzt machen, ist uns ein Verzeichnis anzulegen mit all unseren Telefonnummern. Ja. Ein sogenanntes Array. Ja. Was das Ganze ist, das schauen wir uns im nächsten Abschnitt einmal an. Da ist es letztendlich einfach so, dass wir eine Variable haben. Ja. Hier schreibt man jetzt zum Beispiel sowas wie Character oder sowas. Und da sind die Phone-Numbers drin gespeichert. Aber wie gesagt, das schauen wir gleich. In diesem Abschnitt schauen wir uns an, wie wir unsere Telefonnummern speichern können. Dafür brauchen wir natürlich so eine Art Container. Und natürlich sollten all unsere Telefonnummern in einer Variable gespeichert werden. Denn es wäre ja total schwachsinnig, sich jetzt für jede Telefonnummer eine extra Variable anzulegen. Das wäre viel zu unübersichtlich. Außerdem wissen wir ja gar nicht, wie viel wir haben. Wie macht man das am besten? Das schauen wir uns jetzt mal an. Dafür brauchen wir natürlich wieder eine Variable. Und die ist jetzt erstmal vom Typ Char, denn Telefonnummer ist letztendlich einfach ein Text. Denn da sind nicht nur Zahlen drin, sondern das Ganze fängt vielleicht auch mit einer 0 an oder mit einem Plus an. Mit einer Plus 4,9 oder sowas. Deswegen speichern wir das Ganze mal lieber als Text und nicht als Zahl. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wie unser Verzeichnis, wie unsere Variable heißt. Und ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Phone Numbers. Und hier kommt jetzt eine Besonderheit. Wir müssen nämlich erstmal natürlich schreiben, wie viele Zeichen wir pro String, also pro Text haben wollen. Oder wie lang das Ganze sein soll. Ich gebe hier mal wieder eine überdimensional riesengroße Länge hier an. Und zwar 256. Und jetzt kommt aber noch eine Sache. Und zwar müssen wir ja noch irgendwie wissen, wie viele Werte in unserem Array drin sind. Denn wir wollen ja jetzt nicht nur ein String da rein speichern. Das könnte man jetzt schon machen. Ich könnte jetzt schreiben, Plus 4,9,1,5,7 und so weiter. Irgendeine Nummer. Ja, aber ich will ja mehrere rein speichern. Und das kann man auch sagen in C, indem ich hier einfach nochmal so eckige Klammern reinpacke und da zum Beispiel 4 schreibe. Dann könnte ich jetzt hier 4 verschiedene Werte zuweisen. Ja, alle von der Länge 256 Maximum. Und hier kann ich das jetzt einfach in so geschweifte Klammern schreiben und kann hier jetzt eine Liste anfertigen. Und hier könnte ich jetzt meine erste Nummer reinschreiben. Plus 4,9,1,5,7 und dann haue ich einfach auf die Tastatur. Ja, falls die Nummer wem gehört, bitte nicht anrufen. Ich habe echt nur auf die Tastatur gehauen. Und das mache ich jetzt einfach mehrfach. Hier kann ich jetzt zum Beispiel 3 oder 4 Nummern einfügen. Ja, und das sind jetzt immer unterschiedliche Nummern. So, zack, nochmal eine andere. Was haben wir hier noch? So, einfach irgendwie ein paar Nummern. Ja, dass die alle ungefähr echt aussehen. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Das heißt, ich habe jetzt hier 4 Nummern eingespeichert. Und mit diesen 4 Nummern kann ich jetzt perfekt arbeiten. Die kann ich jetzt anzeigen. Und ich will diese Nummer natürlich nicht hier in meiner Main-Funktion anzeigen, sondern ich will diese Nummern anzeigen in meiner Show-Phone-Numbers-Funktion. Und dafür muss Show-Phone-Numbers jetzt erst einmal überhaupt diese Variable übergeben können. Das heißt, hier haben wir immer diese Klammern. Und zwischen diese Klammern kann ich jetzt eine Variable reingeben. So, das mache ich so, indem ich hier einfach schreibe, Phone-Numbers, zack, einfach so rein. Und jetzt kann ich damit quasi schon arbeiten. Ja, mit diesen Phone-Numbers kann ich jetzt arbeiten. Allerdings weiß hier drin die Funktion ja noch nicht, dass hier etwas reingegeben wird. Und das muss ich jetzt ebenfalls sagen. Dafür sage ich hier auch nochmal Phone-Numbers. Und das Ding kann ich jetzt letztendlich nennen, wie ich will. Diese Variable hier ist jetzt wieder neu. Und die kriegt einfach einen Wert von außen reingegeben. Und zwar diesen hier. Ja, das heißt, ich könnte das hier auch My Phone-Numbers oder so nennen. Und das würde genauso funktionieren. Ja, lassen wir das mal so, damit hier ganz deutlich ist, dass diese Variable diese hier ist. Ja, die wird hier reingepackt. Das heißt, diese ganzen Werte werden hier so reinkopiert quasi beim Ausführen. Und diese Werte werden dann wieder dieser Variable hier zugeordnet. Auch bei dieser Variable müssen wir, weil die ja neu ist, wieder sagen, was das denn für eine ist. Ja, das ist eine Char-Variable. Und anschließend können wir diese Variablen jetzt auch schon anzeigen. Und das Ganze macht man mit einer sogenannten Schleife. Ja, ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, dass ich durch mein 0. Element durchgebe, mein 1. Element und so weiter. Und das gucken wir uns auch erstmal an. Ja, das heißt, ich packe hier eine leere Zeile rein und sage jetzt sowas wie printf, zack, zack. Und hier kann man jetzt zum Beispiel sagen, Telefonnummer 0. Ich schreibe hier einfach mal so 0 in so Klammern, ist gleich. Und jetzt kann ich da die 0. Stelle aus meinem Array hier oben einfügen. Damit das funktioniert, muss ich hier hinterher jetzt natürlich wieder ein String einfügen, also mit %s. Und dahinter muss ich jetzt sagen, welche Variable ich haben möchte, und zwar myPhoneNumbers. Da sind jetzt aber mehrere Nummern gespeichert. Das heißt, ich muss jetzt noch sagen, welche Telefonnummer ich speichern möchte oder anzeigen möchte in diesem Fall. Und zwar diese hier. Damit ich sehe, dass das die 0. ist, schreibe ich jetzt hier einfach mal 3 0 am Ende. 0 0 0, damit ich auch ganz klar sehe, dass ich diese hier habe. Und ich greife jetzt auf die 0. Nummer zu aus meinem Array hier oben auf diese, indem ich hier ganz simpel eine eckige Klammer auf 0 und eine eckige Klammer zu reingebe. Und wenn ich das jetzt ausführe, funktioniert es schon fast. Allerdings kriegen wir hier gleich noch einen kleinen Fehler. Und was dieser Fehler bedeutet, da gehen wir noch implizit später drauf ein. Und zwar ist es so, wenn du hier eine Variable so reingibst, dann musst du jetzt, wenn es ein String Array ist, so wie jetzt, zwei Sterne noch davor schreiben. So, ja, diese zwei Sterne müssen davor. Und was das Ganze bedeutet, das schauen wir uns noch mal im Detail an. Und zwar im Kapitel Zeiger bzw. Pointer auf Englisch. Ja, was das Ganze bedeutet, ist etwas, was ist sehr eigen bei C. Ja, moderne Programmiersprachen nehmen einen das schon ab. Aber das ist etwas, warum C halt auch eine Sprache ist, womit man halt grundlegende Konzepte, die es in allen Programmiersprachen gibt, sehr gut lernt. Denn dieses Zeiger und Pointer, das gibt es zwar in jeder Programmiersprache, die modern ist auch, aber da wird einem halt dieses Denken schon abgenommen von der Programmiersprache selber. Also für jetzt merken wir uns einfach, wir müssen hier zwei Sterne davor schreiben. Und dann kriegen wir gleich immer noch einen kleinen Fehler, wenn wir das haben. Und zwar sehen wir gleich, dass hier noch etwas steht. Und zwar Segmentation Fault. Und dieses Segmentation Fault, das hat auch etwas mit diesen Zeigern zu tun. Und zwar muss man, das haben wir bei diesem ScanF auch schon öfter gehabt, das ist so der Standardfehler, man muss hier einfach dieses Unzeichen noch davor packen. Ja, denn wir wollen letztendlich den Wert, der sich dahinter verbirgt, anzeigen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier die 0 angebe, dann wird hier meine 0. Stelle aus meinem Array richtig angezeigt. Und damit können wir doch jetzt schon mal arbeiten. Wir wissen jetzt, dass wir so die 0. Stelle aus dem Array anzeigen. Und genauso wie wir die 0. Stelle anzeigen, können wir jetzt auch beispielsweise die erste Stelle anzeigen. Ja, zack, eins, eins. Dann könnten wir die zweite Stelle anzeigen. Zwei, zwei. Und die dritte, und du merkst schon, worauf ich hier hinaus will, ja. Es ist letztendlich immer genau das Gleiche, ja. Ja, jede Zeile, die wir jetzt wiederholen, ist genau die gleiche, nur dass hier eine 0 steht, hier eine 0 steht, hier eine 1 steht, hier eine 1 steht, hier eine 2 steht, hier eine 2 steht und immer so weiter, ja. Dafür gibt es natürlich einen Mechanismus, um das Ganze zu automatisieren. Und dieser Mechanismus, den ich meine, der nennt sich Schleife. Und Schleifen definiert man eigentlich ganz simpel, ja, und zwar einfach einen Startwert, ja. Erstmal eine Schleife, so die Standardschleife schreibt man so, ja, mit einem for, so eine der meistgenutzten Schleifen. Und wir sagen uns jetzt einfach, dass wir eine Variable definieren, die wir hier einsetzen. Und diese Variable, die nennen wir i. Ja, das heißt, wir schreiben sowas wie int i gleich 0. Und was wir jetzt noch sagen, ist, dass wir dieses i immer erhöhen. Das machen wir, indem wir sagen i++. Das heißt, wir packen hier so eine geschweifte Klammer hinzu, machen die hier hinter wieder zu. So, das alles kann weg. Und jetzt haben wir eine Variable namens i. Und die können wir jetzt einfach hier an dieser Stelle einfügen und an dieser Stelle einfügen, ja. Hier einfach eine i rein, so, ja. Und diese 0 hier ersetzen wir jetzt durch %d und fügen das ebenfalls einfach als Variable zuerst ein. Und jetzt haben wir halt noch eine Sache, die wir brauchen, ja. Und zwar ist es so, dass das jetzt natürlich einfach unendlich durchlaufen würde, ja. i gleich 0. Das heißt, hier wird jetzt eine 0 zwischen den Klammern angezeigt und hier wird auf die Nullte von Unnahme zugegriffen, ja. Schlechtes Deutsch. Dann erhöhen wir hier i um 1. Das heißt, i hat jetzt nicht mehr den Wert 0, sondern 1. Und 1 wird dann hier reingeschrieben und hier wird auf die erste Telefonnummer zugegriffen. Dann wird es wieder erhöht, ja. Das wird immer am Ende ausgeführt und so weiter und so fort. Das heißt, wir zeigen hier unendlich Nummern an. Und das ist natürlich nicht gut. Wir brauchen noch eine sogenannte Abbruchbedingung, ja. Wir müssen sagen, wann das Ding aufhören soll. Und das sagt man zum Beispiel einfach so, indem man sagt, i kleiner als 4 Semikolon. Das heißt, nur solange i kleiner ist als 4, wird das hier ausgeführt und danach nicht mehr. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir auch, dass es schon fast klappt, allerdings noch nicht ganz. Die erste Nummer wird richtig angezeigt. Die zweite, die wird allerdings nicht ganz angezeigt, sondern hier sehen wir, dass von der ersten hier hinten noch so ein paar Teile angezeigt werden, aber nicht alles, ja. Und danach wird hier einfach nichts mehr angezeigt und nichts mehr angezeigt. Und das hat noch einen ganz kleinen Fehler und zwar kann man hier oben nicht Stern, Stern in jedem Fall eintippen, sondern nur in Sonderfällen, ja. Was wir hier machen müssen, ist, dass wir tatsächlich wieder sagen müssen, wir haben vier Werte da drin und ein String hat 256 Zeichen, ja. Warum das so ist, wie gesagt, da gehen wir später noch genau drauf ein, aber für diesen Punkt würde ich jetzt erstmal akzeptieren, dass es so ist, ja. Und du siehst hier, dass jetzt in diesem Fall hier alle vier Telefonnummern angezeigt werden, ja. Das war jetzt schon ziemlich viel, was wir hier gemacht haben, lass uns das noch einmal zusammenfassen. Wir haben jetzt hier oben ein Array definiert, eine Liste an verschiedenen Telefonnummern. Wir haben jetzt gesagt, dass wir in dieser Liste vier Nummern drin haben und diese Liste, die übergeben wir jetzt an hier unten eine Extra-Funktion. Und in dieser Extra-Funktion haben wir jetzt auch gesagt, dass die Variable, die da reingegeben wird, vier Elemente enthält und ein Element hat die Länge 256. Dann gehen wir hier mit einer Schleife durch und führen jetzt, weil wir vier Elemente da drin haben, insgesamt viermal hier einen Wert aus, ja. Eine Zeile aus. Und diese Zeile, die hat jetzt hier zwei Variablen, einmal halt Prozent d und einmal Prozent s. Prozent d ist immer der Index, ja. Das heißt, es fängt bei 0 an, dann ist es 1, dann ist es 2, dann ist es 3, ja. Da haben wir es. 0, 1, 2, 3. Und dieses Prozent s, das ist immer die nullte Telefonnummer, dann die erste Telefonnummer, dann die zweite Telefonnummer, dann die dritte Telefonnummer. Weil I sich ja jedes Mal, wenn wir diese Zeile hier neu ausführen, um eins erhöht. Das ist alles, ja. Das ist viel Wissen, wenn du noch nie Schleifen gesehen hast, wenn du noch nie Funktionen gesehen hast. Deswegen ist es bei uns in der Weiterbildung auch so, dass es da regelmäßige Live-Calls gibt, wo du halt mit mir und mit meinem Team reden kannst und wo du halt dann immer deinen Bildschirm teilen kannst und genau sagen kannst, hey, das Ganze habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie diese Vorschleife jetzt genau funktioniert. Ich habe es irgendwie ungefähr. Erklär mir nochmal den und den und den Punkt, ja. Deswegen ist das so wichtig und deswegen machen wir bei uns die Weiterbildung auch so und würden nie einfach nur so einen reinen Videokurs machen, ja. Außerdem kannst du uns deinen Code da natürlich immer zusenden. Gut, das war es jetzt zu Vorschleifen. Im nächsten Teil gucken wir uns an, wie du jetzt da auch noch eine neue Telefonnummer hinzufügen kannst. Bis gleich. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit gekommen, allerdings wollen wir natürlich auch noch eine Telefonnummer hinzufügen. Und dafür müssen wir unser Array noch etwas erweitern. Wenn wir uns das Ganze nämlich jetzt in unserem Code hier angucken, dann sagen wir hier, dass wir immer einen Speicher von vier Telefonnummern reservieren. Mehr können wir hier gar nicht hinzufügen. Wir können jetzt allerdings einfach sagen, dass wir hier zum Beispiel für zehn Nummern Platz schaffen. Und von mir aus auch für 100 oder so, ja. So viel Speicher braucht das jetzt von unserem Computer erstmal nicht auf 100 Telefonnummern zu speichern. Okay, und so würde das Ganze genauso funktionieren wie vorher. Das heißt, wir könnten unseren Code genauso ausführen wie vorher. Hier auch wieder auf 0 drücken. Ups, jetzt muss ich natürlich eine 0 hier richtig eingeben, ja. Und dann klappt das alles, ja. Wir haben hier einfach nur mehr Speicher für mehr Nummern reserviert. Und wir könnten jetzt theoretisch an die Stelle 5 auch noch etwas reinschreiben, ja. Dafür kann ich jetzt einfach sagen, strcopy, ja. Also um einen String zu kopieren. Und ich sage jetzt, wohin ich den kopieren möchte. Und zwar zu, ups, schreibe ich hier automatisch Python. Es muss natürlich Phone Numbers heißen. Und an die Stelle 5 möchte ich das Ganze kopieren, ja. Das heißt, auf, Klammer zu, zack. Und hier möchte ich jetzt zum Beispiel Hallo einfach mal hinzufügen. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich jetzt natürlich hier unten auch noch sagen, dass ich jetzt nicht nur die vierte Nummer, sondern auch die fünfte Nummer anzeigen möchte. Hier habe ich jetzt noch einen kleinen Fehler gemacht. Ja, wenn du sowas kriegst, einfach mal googeln. Wie gesagt, ja, das hilft super gut. Und meistens hast du dich da einfach nur verschrieben. Du wirst es garantiert, wenn du das Tutorial hier nachcodes, auch öfter mal erleben, ja. Ja, und ansonsten musst du einfach mal gucken, was hier falsch ist. Und hier heißt es natürlich Strr, so, ja, Küppi, ohne M-O. Ja, das ist schon mal das Erste. Scheint immer noch nicht zu funktionieren. Dann haben wir hier hinten natürlich noch ein Semikolon vergessen, ja. So, und jetzt klappt das Ganze auch. Und jetzt können wir einfach mal hier wieder 0 und die Nummern anzeigen. Und das sieht ja schon mal um einiges besser aus. Allerdings zeigt er die hier nicht an an der vierten Stelle, weil wir hier aus Versehen die fünfte Stelle hinzugefügt haben. Wir müssen es natürlich an die vierte schreiben, ja. So, jetzt nochmal das ganze Spiel. Und jetzt sehen wir, dass hier Hallo an der vierten Stelle hinzugefügt wurde. Und das klappt jetzt. Also, wunderbar. Das müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen automatisieren, denn so kann das hier nicht stehen bleiben. Was wir jetzt erstmal bräuchten, wäre, dass hier nicht einfach nur so wie jetzt irgendwie hier eine kleine Zahl Nummer 4 angezeigt wird, sondern dass das Ganze eine Variable ist, die sich immer erhöht, ja. Das heißt, ich könnte hier sagen int next index oder sowas gleich 4. Und diesen next index, den kann ich jetzt a da reinschreiben und b kann ich das Ganze jetzt einfach so erhöhen, indem ich hier einfach plus plus dahinter schreibe. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal das Ganze hinzufüge, so, und hier schreibe ich jetzt mal Tschüss rein, dann wird das Ganze automatisch an die nächste Stelle geschrieben. Der next index hat jetzt durch dieses plus plus, das haben wir in der Vorschleife auch schon gesehen, einen Wert höher. Das heißt, hier hat es den Wert 4 und hier wird es auch den Wert 5 erhöht. Das heißt, wir schreiben jetzt an die fünfte Stelle hier. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, wir sagen auch hier unten nochmal, dass wir jetzt bis 6 zählen wollen, zack, dann können wir jetzt hier einfach mal bis 5 hier alles anzeigen lassen. Das ist also schon ziemlich cool. Wir spammen allerdings unsere Main-Methode hier jetzt wieder voll. Stattdessen sollten wir das Ganze natürlich hier in diese Add Phone Number Funktion reinpacken. Bedeutet, alles, was wir hier natürlich jetzt aus Spaß geschrieben haben, kommt in die Funktion unten rein. So, das wieder weg alles also. Wir sagen ja hier Add Phone Number. Und wir wissen, dass wir jetzt hier einfach diese Variable next index reingeben können. Add Phone Number wird aufgerufen und kriegt jetzt die Zahl 4 hier übergeben. Und die haben wir auch schon geschrieben hier oben. Hier kommt jetzt der Index rein und das ist ein Integer. Und was wir jetzt sagen, ist letztendlich, dass wir hier nicht nur eine neue Telefonnummer hinzufügen wollen, sondern dass diese neue Telefonnummer dann auch an die richtige Stelle hier hinzugefügt wird. Und zwar an den Index. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich schreibe es mal als Beispiel da drüber. Add Phone Number 4. Ja, das ist ja standardmäßig immer, weil der nächste Wert ist ja 4. Dann ist es so, dass hier jetzt die 4 eingesetzt wird. Ja, also Index bekommt dann den Wert 4. So. Na, jetzt habe ich natürlich irgendwie eine coole Taste gedrückt, dass ich in zwei Zeilen gleichzeitig schreibe. Also Index hat den Wert 4. Und dementsprechend schreiben wir dann hier auch an die Stelle 4 etwas rein. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, erhöhen wir jetzt Index, nicht Next Index, um 1. Ja, das heißt, die Variable wird jetzt um 1 erhöht. Wir wollen hier jetzt natürlich nicht mehr das Wort Hallo reinschreiben, sondern wir wollen vorher eine Variable einlesen. Und wir wissen auch, wie wir das machen. Ja, wir definieren uns erstmal wieder eine Char-Variable. Die nennen wir New Number oder sowas. Und die hat wieder eine Länge von 255. Und die ist erstmal noch nicht definiert. Die lesen wir jetzt mit ScanF wieder ein. Ja, Prozent S. Und das machen wir, indem wir hier sagen New Number. Und anschließend, nachdem wir das hier gemacht haben, nachdem wir diese Nummer eingelesen haben von der Tastatur, fügen wir das Ganze hier ein. Ja, das heißt, hier wird jetzt nicht mehr Hallo eingefügt, sondern New Number. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, wollen wir natürlich wieder zu unserer Main-Methode hier oben zurückkehren und das Ganze wieder von Anfang an aufrufen. Bevor wir das machen, haben wir noch ein kleines Problem. Und zwar ist Phone Numbers natürlich ebenfalls nicht bekannt. Ja, das müssen wir auch reingeben. Und wir wissen auch, wie wir die Telefonnummern reingeben, nämlich einfach so. Ja, das können wir auch hier oben einfach so uns runter kopieren und hier mit einem Komma getrennt einfügen. Wir geben jetzt also in unsere Funktion hier, ja, zwei verschiedene Dinger rein. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu lesen, deswegen mache ich es mal kleiner. Und was wir hier reingeben, ist letztendlich einfach ein Array an Telefonnummern, ja, und gleichzeitig noch unser Index. Das heißt, hier wird jetzt auch noch dieses Array an Telefonnummern so mit reingegeben. Und das müssen wir hier oben natürlich genauso sagen, dass wir hier jetzt nicht nur den nächsten Index reingeben, sondern auch unsere Telefonnummern. So, Phone Numbers kommt da ebenfalls rein. Und nachdem wir das gemacht haben, sollte das Ganze jetzt schon funktionieren. Wenn wir das ausführen, haben wir allerdings so einen kleinen Fehler. Und zwar muss hier My Phone Numbers natürlich stehen. Und diese Telefonnummern, die können wir uns ja jetzt auch einfach anzeigen lassen. Das heißt, wir könnten jetzt einfach wieder sagen, dass wir hier Show Phone Numbers aufrufen, ja. So, probieren wir das Ganze mal aus. Zack, und sie uns jetzt danach nochmal anzeigen lassen, nachdem wir hier etwas hinzugefügt haben, ja. Ich sage also einfach Show Phone Numbers und hier sage ich jetzt, zack, My Phone Numbers ohne Index, ja. Wird einfach so reingegeben und danach sollte er mir auch schon die nächsten anzeigen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier erstmal eine 1 eingebe, um irgendwas hinzuzufügen, Test, Test oder so, und dann sehen wir, dass das hier einfach an der vierten Stelle angezeigt wird, ja. Und so könnten wir unser Programm jetzt immer weiterführen, ja. Wir könnten jetzt wieder unser Menü aufrufen. Wir könnten jetzt auch einfach wieder hoch zu der Main-Methode gehen und hier wieder von Anfang an alles aufrufen. All das ist jetzt möglich. Wir können jetzt hier unten in unserer Funktion, die unsere Telefonnummern angibt, sagen, dass wir beispielsweise immer 10 Slots anzeigen wollen, ja. Vielleicht auch 20 oder so, wie wir halt lustig sind. Und jetzt ist das Ganze ohne Probleme möglich. Ich kann jetzt hier sagen, okay, zeige mir meine Telefonnummern an. Dann ist natürlich jetzt erstmal leer, ja. Und wenn wir das Ganze jetzt hier mit 1 aufrufen, dann kann ich hier eine Nummer hinzufügen. Ich schreibe mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drücke auf Enter und dann sehen wir, dass die jetzt an der vierten Stelle hier eingefügt wurde. Und das Ganze wird jetzt hier in unserem Arbeitsspeicher gespeichert. Problem ist natürlich in C, wie auch in nahezu jeder anderen Programmiersprache, die heutzutage noch irgendwie relevant ist, wenn es im Arbeitsspeicher gespeichert ist, ist es nicht auf der Festplatte gespeichert. Ja, das bedeutet, wir haben die Nummer verloren, sobald wir das Programm neu starten. Nur so lange steht es hier drin. Das heißt, wenn wir es jetzt noch richtig smart machen wollen würden, bräuchten wir noch ein Datenbanksystem oder sowas, wo wir das permanent reinschreiben, ja, oder wenigstens eine Textdatei oder sowas. Wie das Ganze funktioniert, habe ich zum Beispiel schon im C++ Tutorial auf diesem Kanal gezeigt, ja. Das kannst du dir gerne mal angucken. Wichtig ist nur, das Ganze funktioniert nicht hier in diesem Editor online, weil hier kannst du online keine Textdateien erstellen. Da hast du nicht die Berechtigung zu, aus Sicherheitsgründen. Sonst könntest du wahrscheinlich das Ding hier einfach hacken, sondern da musst du dir C auf deinem Computer installieren. Das ist auch nicht so schwer, gerade wenn du WSL installiert hast, Windows Subsystem für Linux, ja. Da haben wir auch schon ein Tutorial auf diesem Kanal. Dann kannst du das mit einer Zeile installieren, ja, und danach einfach anwenden. Unser Programm sollte jetzt vielleicht noch in einer Endlosschleife laufen. Das heißt, wir können immer wieder neue Nummern hinzufügen und können dann entscheiden, ob wir diese Nummern anzeigen wollen oder auch nicht, ja, oder ob wir vielleicht eine weitere Nummer hinzufügen wollen. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür haben wir ja letztendlich hier diesen Menüpunkt und das hier muss einfach mehrfach ausgeführt werden, denn wir treffen ja immer eine Auswahl hier und nachdem wir eine Auswahl getroffen haben, zum Beispiel 1, kommen wir hier rein. Wenn wir hier drin sind, dann übergeben wir hier den Index von der nächsten Telefonnummer, die hinzugefügt werden soll und von all unseren Telefonnummern, ja. Wir schauen jetzt mal in diese Funktion rein, die ist hier unten und hier fügen wir jetzt eine neue Telefonnummer mit dieser Logik hier hinzu und anschließend zeigen wir einfach unsere Telefonnummern an und dann ist Ende im Gelände, dann ist Schluss und unser Programm ist zu Ende. Viel geiler wäre es, wenn wir jetzt an dieser Stelle einfach wieder sagen sollen, sowas wie Continue oder Start Again, ja. Und ich nenne die Funktion jetzt einfach mal Start und wir sourcen jetzt einfach mal alles, was wir hier haben, in eine extra Funktion aus. Das ist wieder eine Void-Funktion, die heißt Start in diesem Fall und die macht nichts, ja. Semikolon hier muss raus und wir packen jetzt das hier einfach mal in diese Start-Funktion rein. So, natürlich nur einmal Klammern auf und Klammern zu. So, da habe ich mal wieder zu schnell getippt und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in Ruhe an. Wir haben hier eine Start-Funktion, so. Und diese Start-Funktion, die hat jetzt zwei Aufgaben, ja. Die zeigt uns einmal unser Menü an und entscheidet dann, je nachdem, was wir im Menü ausgewählt haben, ob wir jetzt wieder zu Show Phone Numbers gehen oder zu Add Phone Number. Und so oder so bei beidem brauchen wir natürlich hier einmal den Next Index, zack, einmal die Phone Numbers, zack, Phone Numbers sind immer 100 Stück, haben wir gesagt, und ein String hat 256 Länge und unser Next Index ist immer ein Int, was wir da von außen reingeben. Das heißt, das müssen wir natürlich auch hier reingeben, Next Index und wir müssen natürlich auch hier noch von außen unser Phone Numbers Array reingeben. So, das heißt, jetzt ist unser Programm nochmal übersichtlicher und auch diesen Teil, ja, der das Menü anzeigt und das Routing übernimmt, ja, je nachdem, was wir dann machen, die Verzweigung, je nachdem, wann das ausgeführt werden soll, können wir das jetzt immer, indem wir einfach das hier schreiben, ausführen, ja. Und jetzt können wir so etwas Smartes machen, wie dass wir hier ins Start-Menü gehen, hier reingehen, sagen, wir wollen die Telefonnummern anzeigen. Hier packe ich jetzt auch nochmal den Index rein, ja. Next. Index. Warum sehen wir gleich? Denn, jetzt kann ich hier in Show Phone Numbers reingehen, habe hier Int Next Index und Phone Numbers. Schreibe ich jetzt auch wieder so, damit es jetzt überall gleich genannt ist. Das ist, glaube ich, nochmal besser jetzt, weil es übersichtlicher ist. Und wir haben jetzt in dieser Funktion hier einfach nur eine Aufgabe und zwar zeigen wir uns alle Telefonnummern an. Hier sage ich jetzt, nachdem wir alle Telefonnummern angezeigt haben, dass wir wieder Start aufrufen. Und Start übergibt wieder zwei Variablen weiter. Einmal Next Index und einmal Phone Numbers. Das heißt, wir kommen jetzt wieder hoch zu Start. Und in Start, da können wir jetzt wieder etwas auswählen und wir wählen jetzt mal die 1 aus, kommen also in diesen Abschnitt, kommen zu Add Phone Number, fügen also eine Telefonnummer hinzu, nennen das hier auch einfach mal Phone Numbers, nicht My Phone Numbers. Und hier nennen wir es auch Phone Numbers. Fügen jetzt eine Variable hinzu. Ich nenne das mal hier Next Index, damit es wirklich überall gleich heißt. Hier heißt es auch Next Index. Und jetzt führen wir hier wieder diese Start-Methode auf und übergeben hier wieder Next Index und Phone Numbers. Das heißt, wenn wir jetzt keinen Fehler gemacht haben, ja, da ist gleich schon der erste Fehler, aber danach wird es dann unendlich oft ausgeführt. Wir gucken jetzt nochmal in Zeile 12 beziehungsweise 17, was da falsch gelaufen ist. Und da sehen wir es auch schon, hier fehlt einfach eine Klammer, die zugemacht wird. So, jetzt haben wir schon den nächsten Fehler. Wie gesagt, sowas ist beim Live Coding immer ganz normal. Aber hier zeigt er auch schon genau in Zeile 25, was da falsch ist. Nämlich hier steht in Next Index und da fehlt dann anscheinend irgendwas. Und klar, da muss noch ein Komma drin. Ja, so, jetzt zeigt er mir auch schon das nächste, was hier falsch ist. Und das geht immer so weiter. Das ist super, dass man hier jetzt einfach durchbuggen kann durch diesen tollen Debugger. Hier steht nämlich Unknown Type of Phone Numbers. Ja, das ist auch ganz klar, weil was haben wir hier unten gemacht, was wir hier nicht gemacht haben? Richtig, wir haben hier gesagt Char ist davor. Und auch hier wollten wir jetzt 100 insgesamt haben, nicht mehr 4. Also tippen wir hier in Zeile 25 nochmal 100 rein. Den ganzen Code findest du natürlich wie immer auch in der Beschreibung. Jetzt drücken wir wieder auf Start und gucken einfach weiter, was wir hier noch so falsch gemacht haben. Ja, da hat man ab und zu halt einfach ein paar Fehler. Ja, Zeile 35 müssen wir auch nochmal sagen, dass wir natürlich 100 Telefonnummern haben. Wahrscheinlich sollte man das hier auch mal in eine Variable packen. Und jetzt ist auch schon ganz klar, wir haben einfach zu viel Variablen gerade umbenannt. Ich scrolle nämlich am liebsten einfach immer nach ganz unten und dann steht hier Index Undeclared. Denn wir haben das Ganze ja hier umbenannt in Next Index. Da muss man immer aufpassen, wenn wir Variablen umbenennen, dass wir die auch überall umbenennen. Und jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Ich zeige mir meine Telefonnummern an. Zack, klappt ganz gut. Unser Programm startet wieder neu. Ich füge eine Telefonnummer hinzu. Eins. Die Telefonnummer heißt 12345678. Drücke auf Enter. Jetzt geht das Programm wieder los und fragt wieder herzlich willkommen. Was willst du machen? Ich sage ja, Telefonnummern anzeigen und zeige mir all meine Telefonnummern hier an. Zack. Und hier ist jetzt die neue hinzugefügt. Und jetzt kann ich hier auch beliebige Sachen hinzufügen. Ich schreibe jetzt mal, sorry, eins, neue Nummer hinzufügen. Ja, jetzt ist eine Sache, die haben wir halt noch nicht abgefangen, dass man sich vertippt. Ja, deswegen muss ich jetzt nochmal neu starten. Aber sonst funktioniert das hier echt super gut. Ich schreibe hier Test, Test. Jetzt füge ich noch eine Nummer hinzu. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Irgendwie so. Ja, jetzt füge ich noch eine Nummer hinzu. Zack. Was machen wir da? Eins. Ich schreibe nochmal irgendwas. Und jetzt sage ich mal Null. Zeige mir alle Nummern an. Und hier sehen wir jetzt die drei Dinge, die ich hinzugefügt habe zu unserer Liste. Ja, also das Ding funktioniert an sich schon 1a. Klar muss man hier immer nochmal was optimieren. Du kannst wahrscheinlich noch ewig und drei Tage das Ding weitermachen. Aber damit hast du es jetzt schon mal geschafft, echt ein grundlegendes Programm zu bauen, was wirklich gut funktioniert. Wie gesagt, den Code dazu findest du auch auf GitHub. Wenn du hier Probleme hast, dann vergleich das einfach mal mit deinem Code, was du hier unter dem Video verlinkt findest. Es gibt einfach eine Sache, über die müssen wir noch reden, wenn wir über die Programmiersprache C reden. Und das ist, was die Programmiersprache C ausmacht. Und zwar die sogenannten Pointer oder auf Deutsch Zeiger. Das hört sich oft sehr kompliziert an, wenn man das irgendwo liest. Aber letztendlich ist es gar nicht so schwer. Und zwar ist es einfach so, dass halt in unserer Software, wenn wir uns eine Variable anlegen, irgendwo Speicher reserviert wird. Das haben wir schon öfter gesehen. Und am besten malen wir mal kurz einfach ein bisschen im Paint rum, weil dann wirst du das ganz schnell verstehen. Ja, das heißt, angenommen, ich mache das mal hier rüber, wir legen uns jetzt eine Variable an. Ich sage mal zum Beispiel ein int. Ja, und wir sagen jetzt int my age ist gleich bla bla bla. Zum Beispiel int my age gleich 43. Dann passiert folgendes. Es wird ein Stück Speicher in unserem Arbeitsspeicher reserviert. Und zwar die Größe, die ein int hat, also die eine Ganzzahl hat. So viele Bits werden hier reserviert. Und da wird jetzt die Zahl 43 reingeschrieben. Unsere Variable hat jetzt natürlich immer eine Adresse gespeichert, an die das reingeschrieben wird. Ja, das heißt, du kannst dir das Ganze wie so ein Koordinatensystem vorstellen. Du fängst hier an bei 0 und hier bei 0. Hier bist du sagen wir mal 100 oder so und hier bist du bei 20. Und dann wäre die Adresse von der 43 zum Beispiel 0x20 oder 0x100 oder sowas. Ja, das ist jetzt sehr stark vereinfacht. Und genau so wird es auch nicht gespeichert, aber das geht in die richtige Richtung. Wir speichern uns hier in unsere Variable letztendlich nur den Bereich rein, den wir aus unserem Arbeitsspeicher reserviert haben. Und aus diesem Bereich wird das Ganze dann immer rausgelesen. Bedeutet, jetzt in C, da gucken wir uns das Ganze jetzt mal kurz an. Wenn ich mir da jetzt eine Variable namens myH definiere, ja, ich sage int myH ist gleich 43. Was passiert dann? Ich kann jetzt einfach hier sagen, dass ich natürlich myH rausloggen lasse. MyH ist und jetzt sage ich hier Prozent D und hier sage ich myH. Ja, dann wird natürlich ganz normal hier der Wert angezeigt. Wenn ich jetzt hier aber dieses und davor schreibe und das haben wir schon öfter gesehen, dann steht hier plötzlich sowas 2 1 1 8 1 7 4 2 1. Wenn ich es jetzt nochmal ausführe, kann ich mir sogar gut vorstellen, dass hier was anderes steht, ja, denn das hier ist einfach eine Adresse in meinem Arbeitsspeicher. Eine Adresse, die gerade frei ist und diese freie Adresse, die wird hier dieser Variable zugewiesen. Das heißt, wir suchen uns die Länge eines Integers und speichern das hier rein. Ich schreibe jetzt hier Prozent D, um die Zahl anzuzeigen, aber man kann ja auch Prozent P reinschreiben für Pointer, um die exakte Adresse in Hex-Werten anzugeben, ja, und das ist immer wie eine Adresse in unserem Arbeitsspeicher gespeichert wird. Das hast du vielleicht schon öfter gesehen und dieser Wert hier, wenn ich es ausführe, ist auch immer ein leicht anderer, denn es ist immer unterschiedlich, weil so viele Programme auf unserem Computer laufen, was da denn jetzt gerade frei ist und je nachdem, was jetzt gerade frei ist, wird hier immer irgendetwas unterschiedlich. hier ist natürlich neu reserviert. Jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, Float 43, ja, und jetzt sehen wir, dass das Ganze genauso funktioniert, allerdings ist Float jetzt hier eine viel längere Stelle, ja, wenn ich hier den Wert reinschreibe, ja, und hier ist nicht Prozent P, sondern, was sagen wir da, Prozent LF oder sowas, dann sehen wir, dass hier solch eine lange Stelle reserviert wurde, ja, ja, denn Float reserviert einfach deutlich mehr Speicher, denn Float ist eine Kommazahl und für Kommazahlen braucht man normalerweise mehr Speicher als eine Ganzzahl. Wenn das nicht ausreicht, kann ich hier auch Double nochmal hinschreiben, da habe ich dann doppelt so viel Speicher reserviert, um eine doppelt so lange Zahl hier ranzupacken, ja, es ist dann einfach nochmal ein bisschen länger. Das heißt, dieser Datentyp, der sorgt dafür, dass wir hier immer, ups, das P muss hier natürlich weg, aber der Datentyp sorgt immer dafür, dass ich hier halt immer sage, wie viel Speicher ich reserviere. Das ist ganz wichtig, ja. Das ist, was letztendlich die Adresse in unserem Speicher ist und jetzt kann ich halt auch einfach eine Variable speichern, die pointet halt einfach auf diese Adresse. Ich kann mir jetzt diese Adresse holen, das habe ich rausgefunden mit so einem und davor und das heißt, ich könnte jetzt hier einfach sagen int Stern, ptr zum Beispiel, pointer, gleich und my age, was jetzt passiert ist, dass hier die Adresse rausgelesen wird von my age und diese Adresse, die wird jetzt hier in den Pointer reingeschrieben, ja, mit diesen Sternen sage ich, dass das hier eine Pointer-Variable ist, also eine Variable, die letztendlich einfach, wie das Wort Pointer schon sagt, auf diese Variable hier zeigt, auf die Adresse dieser Variable hier pointet. Das heißt, ganz einfach gesagt, können wir damit jetzt immer auf die Zahl zugreifen und damit können wir auf die Adresse der Zahl zugreifen und das ist ganz praktisch, wenn wir nämlich Variablen haben und auf diese zum Beispiel in verschiedenen Funktionen zugreifen wollen oder wenn wir zum Beispiel ein bisschen Speicher dann irgendwann wieder freigeben wollen, ja, weil die Variablen nicht mehr benötigt werden, dann kann man das ganz einfach machen durch diese Adresse, dass wir sagen, dass wir den Wert unter dieser Adresse freigeben wollen und damit kann man jetzt auch wieder sehr interessante Sachen machen, ja, ich könnte jetzt zum Beispiel hier natürlich mein Alter, ich speichere das mal wieder als Int hier, einfach anzeigen, ja, dafür sage ich hier Prozent D, dann wird ja mein Alter angezeigt, my age ist 43, zum Glück nicht mein wahres Alter aktuell und wenn ich jetzt hier den Pointer anzeige, ja, Prozent P, dann würde ja der Pointer zu der Variable angezeigt werden. Ich mache hier nochmal eine neue Zeile, damit wir es ein bisschen besser lesen können, ja, und was ich jetzt aber auch machen kann, ist hier einfach wieder ein Prozent D reinzuschreiben und hier ein Stern davor. Ein Stern ist eine sogenannte D-Reference, ja, also genau das Gegenteil, was diesen Pointer wieder auflöst, ja, das heißt, mit diesem Stern, den haben wir jetzt schon öfter gesehen, lesen wir uns, wenn wir das Ganze so schreiben, die Adresse raus und lesen dann den Wert raus, der unter dieser Adresse hier gespeichert ist, ja, das ist ganz cool und damit könnte man jetzt auch die verrücktesten Sachen machen. Ich könnte mir zum Beispiel den Wert jetzt hier einfach mal rauslesen, ja, das ist ja dieser Wert hier, so, und den kopiere ich mir jetzt, so, zack, und jetzt mache ich mal was ganz Verrücktes, ich lasse mir hier eine Zahl wieder anzeigen und zwar Prozent D und zwar von dieser Adresse, die ich mir jetzt gerade hier rauskopiert habe. Das war eben noch hier 43, die da gespeichert ist und wenn ich es jetzt ausführe, steht hier zum Beispiel 48, ja, weil die Adresse sich natürlich, wenn ich das Programm neu starte, ändert, ja, das heißt, das hier ist nicht mehr die gleiche Adresse wie vorher und hier kann jetzt irgendein beliebiger Wert gespeichert sein, das scheint jetzt immer bei 48 zu bleiben, weil wir das wohl nicht mehr anfassen, aber es ist ganz cool, dass man so auch auf verschiedene Adressen einfach zugreifen kann und das Ganze ist einfach etwas, was C zwar enorm effizient macht, ja, aber natürlich auch komplizierter als andere Programmiersprachen, denn bei anderen Programmiersprachen, da ist es so, dass das einfach schon von der Sprache selber gemanagt wird und dass wir uns da eigentlich nie Speicher freigeben müssen, zum Beispiel bei JavaScript oder bei Python oder auch bei C Sharp oder sowas, ja, da sind wir nicht mehr verpflichtet, hier uns Speicher dafür zu reservieren. Gerade bei so modernen Skriptsprachen wie JavaScript oder bei Python nochmal deutlich weniger, ja, da müssen wir gar keinen Datentyp angeben, das wird alles über die Sprache automatisch, ja, herausgefunden, wie viel Speicher wir da brauchen. Eine Sache ist noch interessant, ich kann hier den Stern an verschiedene Stellen schreiben, ja, man schreibt es meistens so, wie ich es geschrieben habe, ja, das ist so das, was man am liebsten macht, aber ich könnte jetzt auch so etwas hier schreiben oder sogar so etwas, ja, es würde genau so funktionieren, ja, nur, dass du da Bescheid weißt, ist, glaube ich, nochmal ganz interessant zu wissen. Genau, ansonsten ist das auch schon alles, was du zum Thema Pointer wissen musst, als Anfänger sei gesagt, ja, wenn du jetzt gerade mit C startest, später wirst du natürlich noch unglaublich viel mit Pointern machen, ja, mit diesen Referenzen arbeiten. Wenn du das Tutorial bis hier durchgearbeitet hast, dann hast du jetzt die Grundlagen der Programmiersprache C gelernt. Herzlichen Glückwunsch, C ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Programmiersprache und ist doch etwas komplexer als beispielsweise JavaScript oder Python. Dafür hast du allerdings viele fundamentale Dinge gelernt, die man bei JavaScript erst deutlich später behandelt, wie zum Beispiel das Reservieren von Speicher und das, wenn etwas in Speicher reserviert ist, das direkt über die Adresse mit der Variable verknüpft ist, ja, das ist schon ziemlich cool. Du hast allerdings auch gemerkt, dass wenn du jetzt größere Programme bauen willst, dann wirst du mit C wahrscheinlich sehr, sehr lange brauchen, ja, C ist mehr so, wenn die Programme möglichst schnell laufen sollen, ja. Wenn du jetzt gerade ganz am Anfang bist und sagst, okay, ich möchte gerne Programmieren lernen, aber ich weiß noch gar nicht, welche Programmiersprache ist jetzt die richtige für mich, ja, da mach dir erstmal keine Sorgen, denn alles, was du bei C gelernt hast, ist auch bei vielen anderen Programmiersprachen anwendbar. C ist sozusagen heutzutage die Mutter der Programmiersprache, das heißt, egal, ob du jetzt JavaScript lernst, ob du Java lernst, ob du C Sharp lernst oder andere Programmiersprachen, die wir auch schon auf diesem Kanal hier behandelt haben, alle sind sehr ähnlich der Programmiersprache C. Du wirst viele, viele Konzepte, wie zum Beispiel die Vorschleife, wie zum Beispiel dieses If und Else von der Syntax her, auch Arrays und sowas, das wirst du alles wiedersehen, ja, also alles, was du hier gelernt hast, war auf jeden Fall nicht umsonst und wird dir unglaublich viel weiterhelfen auf deinem Weg zum Softwareentwickler. Wenn du jetzt sagst, okay, Programmieren macht mir Spaß und ich will das Ganze gerne beruflich machen, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich es jetzt wirklich schaffe zum ersten Job als Programmierer, dann klick einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren und dich über unsere Weiterbildung informieren. Da können wir dir dann am Telefon sagen, ob wir dir weiterhelfen können, ob solch eine Weiterbildung das Richtige ist und können dich allgemein beraten. Ansonsten abonniere natürlich diesen Kanal. Hier gibt es noch jede Menge weitere Tutorials zum Thema Programmieren zu nahezu jeder Sprache, die heutzutage noch relevant ist. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus.